Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe 347. Mein Name ist René, außerdem heute Mitarbeiter Herr Dennis. Ja, servus, hallo. Und die Frau Alice. Hallöchen. Hallöchen. Ja, wir haben gedacht, wir müssen mal hier wieder ein bisschen durchrühren und mal auch andere Menschen hier wieder über die Eintracht reden lassen. Und da das sonst immer schwierig ist, hier zu Wort zu kommen, wenn Basti und Marvin da sind, haben wir gesagt, die schicken wir jetzt bei den USA. Bisschen die Uhr in die Sendung holen, René. Genau. Ich wollte es jetzt nicht so drastisch sagen, aber ja, es stimmt. Der Druck steigt. Sehr gut, sehr gut. Genau, Basti und Marvin weilen in den USA und versuchen sich da mit diesem Wrestling auseinanderzusetzen. Und deswegen haben wir gesagt, da ist sicherlich der Ringfuchs eine Empfehlung eventuell später, aber da kommen wir jetzt. Könnte vielleicht oder auch nicht. Genau, wir laden uns mal wieder jemanden ein und Alice war schon lange nicht mehr da und ich hätte sie gerne wieder dabei und von daher freut es mich, dass es für heute funktioniert hat. Ja, ich freue mich auch. Genau. Wurde mal wieder Zeit. Es wurde definitiv mal wieder Zeit. Bevor wir über Fußball reden, bei dir hat sich auch einiges getan, du bist jetzt wieder im Sportjournalismus, hörte man. Genau, so ein bisschen vom Sportmanagement in den Sportjournalismus wieder rübergewechselt. Ich bin jetzt seit knapp zwei Monaten bei Eurosport.de quasi als Redakteurin und schreibe fleißig vor mich hin. Auch das könnte demnächst, Spoiler-Alert, vielleicht passieren. Großartig. Sie hört es hier zuerst. Ja. Nein, es ist super schön, mal wieder tatsächlich Texte zu schreiben, viel mit Videos, Online-Journalismus, viel mit Fußball beschäftigen. Eurosport als übertragender Sender hat natürlich da auch nochmal einen gewissen Reiz und ja, ein bisschen näher am Geschehen wieder zu sein, das macht sehr viel Spaß gerade. Okay, was war der lustigste Beitrag, den du in den zwei Monaten geschrieben hast? Oh Gott, der lustigste Beitrag. Ja. Coole Frage auch. Ja, ich glaube, ich habe am meisten Hass bekommen für drei ausgedachte Szenarien, was bei dem FC Bayern vor oder beziehungsweise während des Derbys, des Topspiels besser gesagt, gegen Dortmund und danach passieren wird. Das war sozusagen so ein bisschen polarisierend erfunden. Okay, und dafür gab es Hass. Da kam es natürlich nicht so, du, Hass gibt es immer, aber der prallt an mir ab, nein, aber das war jetzt so ein bisschen, das war mal ein bisschen was ausgedacht, das war ganz schön. Gestern hatten wir ein ganz lustiges Video, falls ihr mal wissen, ein ganz lustiges Bild, falls ihr mal wissen wollt, wie Temu Pucki jetzt aussieht, dann schaut mal bei Eurosport Facebook. Pucki von Schalke, der frühere Stimme. Ach, der. Ja, ja, okay. Der hat sich etwas verändert. Okay, interessant, interessant. Also das heißt aber, wenn wir Artikel von dir hören oder besser gesagt lesen wollen, müssen wir im Endeffekt Eurosport.de anklicken und dann kommen wir schon. Oder Facebook, hast du jetzt noch gesagt gehabt, da hast du was mit zu tun? Social Media ist sozusagen auch Teil einfach von der Redaktion, das wird von jedem mitbetreut und genau, das ist sozusagen das Große und dann die Artikel, es gibt auch so Artikel, also Autorenseiten auf Eurosport.de, wo man halt dann alles verfolgen kann, was der jeweilige Autor oder Autorin in dem Fall geschrieben hat. Okay, sehr cool. Was schön ist. Sehr schön. Genau. Ja, das macht gerade sehr viel Spaß. Und mit der Eintracht, die zu schauen parallel, ist natürlich dann auch nochmal ein guter Bonus. Ja. Jetzt habe ich das Pucki-Bild gefunden. Heiligsblechle. Heiligsblechle. Ich bin noch kurz bei dem ersten Beitrag hängen geblieben, der da lautet, Danny Drinkwater wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Kannst du dir nicht ausdenken? Das kommt auch von mir, tatsächlich. Ja, das hätte ich in der Tat auch erwartet. Großartig. Ja. Ja. Aber Timofoki hat auf jeden Fall gestern für mein Highlight gesorgt. Ja. Weil ich hatte ihn nicht erkannt. Ich hätte ihn auch nicht erkannt. Also nicht mal das. Aber das Witzige ist, dass er jetzt, wo er so aussieht, wie er nun aussieht, sehr erfolgreich ist und sehr viele Tore erzielt. Ich meine, es waren bisher rund 24, während auf dem linken Bild waren es zu dem Zeitpunkt nur vier. Ja. Also er sieht zwar aus, als würde er regelmäßig sich in einem Pub wohlfühlen. Scheint es aber nicht zu tun. Also der könnte auch beim Hasscup auflaufen, irgendwie am Abend noch lange in der Kneipe und steht am nächsten Tag mit der Kippe im Mund neben Basti auf dem Platz. So könnte ich mir das auch vorstellen. Ja, das stimmt wohl. Ja, großartig. Also wer wissen will, wie Pucki damals und heute aussah, der kann mal auf Eurosport auf der Facebook-Seite gucken. Genau. Ja, hervorragend. Dann haben wir ja hier heute jemanden, einen absolut Qualifizierten dabei, um über die Eintracht zu reden. Ich hoffe es. Und wir haben viel auf dem Programm. Wir wollen über drei Spiele reden heute. Wir reden über Schalke, wir reden über Lissabon und wir müssen ein bisschen auf Augsburg auch gucken. Da hat sich heute auch das eine oder andere getan. Und wir haben eine Hörerfrage bekommen und wir haben einen Aufruf für Lissabon und vielleicht haben wir noch ein paar Empfehlungen. Aber als erstes haben wir mal etwas ganz Fachfremdes hier drin stehen. Und ich glaube, der Dennis hat es hier gerade bei unserer Sektion Aktuelles eingetragen. Ja. Da geht es um 20 Millionen bei Düsseldorf. Sag was. Für einen Spieler und zwar angeblich ist die Eintracht an Benicio Raman oder wie auch immer man den Namen ausspricht, interessiert. Links außen, ja momentan bei Fortuna Düsseldorf unter Vertrag, ich glaube noch bis 2022. 21. oder 22, ja. Genau, also 30.06.22 ist ein 24 Jahre alter Spieler aus Belgien. Jetzt nicht unbedingt der größte 1,72, aber schnell und nicht unbedingt unattraktiv. Und dementsprechend hat er sich natürlich auch gerade in der Saison in die Bücher der Scouts, die auch für die Eintracht tätig sind, gespielt. Und ja, ich finde natürlich die Summe etwas absurd. Hat es mal verglichen mit dem nicht ganz repräsentativen Transfermarkt, ja, aktueller Marktwert auf Transfermarkt.de, der bei viereinhalb Millionen liegt. Da finde ich 20 Millionen schon echt knackig, aber ja, keine Ahnung. Also einfach eine Information, mal schauen, was dran ist. Spieler, ein paar Spiele hatte ich gesehen gehabt, mit ihm ist auf jeden Fall interessant, aber die Ablöse passt natürlich gar nicht. Und gerade, wenn du dann natürlich diesen Vergleich siehst, die Zahlen, die für einen Jovic momentan im Raum liegen und dann sagst du, okay, also da hättest du eher erwartet, vielleicht 10 Millionen ist hier wohl die oberste Grenze, die man da zahlen sollte. Und 20 Millionen ist natürlich wieder völlig abgehoben. Ja, vor allem aber auch die Position links außen. Also ich wüsste jetzt nicht, was wir in der jetzigen Konstellation, gehen wir mal davon aus, dass der Kader zu einem gewissen Teil im nächsten Jahr so bleiben wird. Und was wir da jetzt unbedingt mit einem Linksaußen gerade sollen. Gut, er kann auch Rechtsaußen- und Mittelstürmer spielen. Ja, da hätte ich jetzt genauso wenig Verwendung für ihn. Also warten wir mal ab, wie wir im nächsten Jahr aufgestellt sind. Aber gerade so ein Abgang, ich finde, er kann definitiv einen Jovic nicht ersetzen. Aber natürlich musst du mit der Personalie auch spielen, denn selbst, glaube ich, ein Hütter hatte sich das so geäußert gehabt, dass er davon ausgeht, dass er nicht mehr so lange Spaß an einem Jovic haben wird, weil er einfach zu interessant ist für die großen Klubs. Muss man mal schauen. Aber wie gesagt, reine Information jetzt erstmal, Spielertyp ist auf jeden Fall interessant, ist aber definitiv für das Geld, ist eher für mich auch eine zweite Reihe Verstärkung statt jetzt 1 zu 1 Ersatz für einen, die er aus der Büffelherde oder Straßenbande, wie auch immer wir es nennen wollen. Naja, das Problem ist ja, glaube ich, ein bisschen, dass sollte einer von den drei da vorne gehen für entsprechende Summe X, dann wird es, glaube ich, eher noch teurer, solche Spieler, weil dann hast du das Problem, dass jeder weiß, wie viel Geld du hast und dann hast du sozusagen die Modest-Millionen und musst dann entsprechend zahlen. Deswegen, sage ich mal, wäre man mit 20 Millionen für Spieler X, glaube ich, ganz gut dabei. Ob das jetzt Benito Rahman sein müsste, sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, man sollte, man würde gut daran tun, vorzeitig jemanden zu verpflichten und dann die anderen abzugeben, weil wenn mal bekannt ist, dass das Geld auf unserem Konto ist, dann wird es, glaube ich, noch schwieriger. Sehr guter Punkt, auf jeden Fall. Aber da bin ich eigentlich positiv optimistisch gestimmt nach dem, was wir in der Vergangenheit gesehen, erlebt haben, wie das mit Transfers bei der Eintracht ist, würde ich mir da eigentlich wenig Gedanken machen. Also da hätte ich wirklich große Hoffnung, dass da vielleicht der ein oder andere Spieler schon am Horizont irgendwie auftaucht, man ihn uns aber noch nicht gezeigt hat. Ja, aber ich bin da schon auf Alises Seite im Sinne von, die Spieler werden immer teurer, wenn natürlich die Situation sich ändert. Wenn die Spieler hier tatsächlich Kohle einbringen sollten, ist die Verhandlungsposition wirklich schlecht. Ich weiß aber auch nicht, ob nicht, ja, ob so ein Spieler dann wirklich als Ersatz taugen kann oder ob du dann nicht wirklich versuchst, oben mitzufischen. Die wollen aber natürlich dann auch wieder ein extrem hohes Gehalt haben, die Spieler, die natürlich da in Frage kommen würden. Also schwierig, sehr schwierige Situation. Bovic hat dann nicht den leichtesten Job, muss man sagen. Das definitiv nicht. Und ich glaube, es ist auch nicht nur der Punkt, dass andere wissen, wie viel Geld du hast, sondern auch, wir sind jetzt sechs Spieltage vor Ende der Saison. Die Platzierung, die du am Ende der Saison da irgendwie einstreichst, wird halt auch noch die Übrigen dazu beitragen, dass an der Preisschraube dann nochmal ein bisschen gedreht wird, weil den Leuten auch klar ist, dass du dann in einer anderen Situation bist als Verein. Ja, du bist halt in dieser geilen Unsicherheit. Ja, es war früher mal anders. Da war es keine gute Unsicherheit und jetzt ist es ja positiv. Der Basti würde jetzt sagen, jetzt kommt es darauf an, was Bovic macht. Der ja immer noch, sag ich mal, das ist halt eine entscheidende Situation, womit man nicht hätte unbedingt rechnen können, aber wo du halt, wo es halt jetzt darauf ankommt, wirklich clever zu agieren, weil ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, dass alle drei bleiben und auch noch mehr gehen. Und du musst dieses Geld, mit dem musst du halt was machen. Also das und zwar was, was dann auch funktioniert. Und wenn du drei Spieler für das Geld kaufst und zwei davon schlagen ein, dann gerne, aber halt am Ende dann nur einen zu kaufen und der funktioniert nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, dann wird es wieder ein bisschen schwieriger. Gerade wenn man nächstes Jahr wahrscheinlich wieder international spielt, ob jetzt Champions League oder Europa League. Da hoffen wir doch mal drauf, auf jeden Fall. Ja, das sind jetzt sechs, acht Punkte. Also ich glaube, ja genau, acht Punkte auf den siebten. Da kann schon, da ist schon ein bisschen was drin. Bei sechs Spielen. Gehen wir mal von aus, dass, ja, wer ist denn da noch drin, jetzt auch im DFB-Pokal? Ich glaube, Leipzig ist noch von oben. Okay, HSV und Werder. Werder mal ausgenommen. Bayern und Leipzig, genau. Ah, okay, also das kann schon am Ende auch heißen, dass dann Platz, ist das denn noch so, dass Platz sieben dann noch qualifiziert ist? Das war doch bei uns jetzt so, wie war das denn? Das ist, glaube ich, diese Saison noch und ich meine, für nächste Saison gibt es da eine Änderung. Es ist nervig, dass das sich ständig ändert auch, aber ja, ich glaube, es müsste noch da sein. Ich meine, für diese Saison wäre es noch und ab nächster Saison ändert es sich. War es nicht letzte Saison auch schon nicht so? Ja, ähm, letzte Saison wäre es ja so gewesen, wenn wir nicht Pokalsieger gewesen wären, wäre doch Stuttgart weitergekommen. Wäre Stuttgart weitergekommen. Genau, das wäre der siebte Platz gewesen. Genau, richtig, richtig, ja. Also sind es nur sechs. Wie meinst du, es sind nur sechs? Nee, wir waren doch nicht direkt qualifiziert als Eintracht Frankfurt, das war doch das, wenn die Bayern den Pokal gewonnen hätten, dann wäre der siebte weitergekommen. Wäre der siebte weitergekommen. Wäre der siebte weitergekommen. Meines Wissens nach diese Saison auch noch und ich meine, aber in der nächsten Saison gäbe es da eine, ähm, eine Änderung. Wieder zurück, oder wie? Ähm, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ich gucke gerade auf der Seite des DFB, die ist aber auch so wunderbar übersichtlich, wo man halt auch wieder, äh, nix feststellen kann, wer, wann, wo, irgendwie teilnehmen kann. Naja. Gefährliches Halbwissen, was wir hier versuchen. Gefährliches Halbwissen. Ja, das ist eigentlich ein anderer Podcast, das sind eigentlich nicht wir. Unbedingt nachlesen, ansonsten reichen wir gerne auch was nach, per Twitter oder sonst irgendwie. Ja, oder in der nächsten Folge, es läuft uns ja nicht. Oder in der nächsten Folge auch. Genau, aber von daher. Spoiler! Ja, also von daher, ähm, Gerüchte tauchen, glaube ich, jetzt immer mehr auf sowohl, ähm, links als auch rechts, sowohl rein als auch raus, also von daher, da müssen wir uns, glaube ich, jetzt drauf einstellen, dass da die Gerüchteküche, jetzt in die eine oder andere Richtung geht. Eine Frage, habt ihr nochmal was zu den aktuellen, ja, Spieleverfügbarkeiten gehört? Wer ist denn fit? Wer ist überhaupt nicht fit? Ich habe da sehr, sehr wenig gelesen, was mir ein bisschen Angst macht. Ja, also das ist, ähm, das Einzige, was ich eben vernommen habe, ist die Thematik mit Hinteregger, der, ähm, ein absolutes Biest ist, kann man, glaube ich, nicht anders da sagen, der ja aus dem Schalke-Spiel sowohl mit einer Brust als auch Kehlkopf-Prellung rausgegangen ist und einem Mittelhandbruch. So verrückt, ja. Ja. Ich weiß immer noch nicht, wie man sich den Kehlkopf prellen kann, aber anders Thema. Indem man von einem gewissen, äh, freundlichen Schalker-Spieler den Ellbogen da drauf bekommt. Ja, wild. Ja, ähm, er hat aber Entwarnung gegeben, sagt, ja, schon wieder alles irgendwie gut und ich, äh, würde gerne am Donnerstag spielen. Er kriegt dann irgendwie eine Schiene für den Arm und ansonsten, ja, Luft wird immer besser, aber ich glaube, das geht. Er war wohl am Montag auch schon wieder im Kraftraum, das habe ich auch gelesen, zusammen mit Sebastian Haller, also da merkst du, die, die sind auch heiß zu spielen. Ähm, aber wenn du so die Verletztenliste durchgehst, wenn da alles gefehlt hatte, also Rode und Garzinewitz haben individuell trainiert, dann, äh, ja, Haller, wie gesagt, fiel schon aus. Touré fiel aus, Stendera fiel aus, Russ fiel aus, das sind natürlich jetzt, Russ und Stendera, na gut, ist halt so, aber trotzdem, trotzdem ärgerlich bei den anderen Spielern. Es macht mir ein bisschen Angst, dass, äh, ich heute jetzt zumindest, äh, so gar nicht gelesen habe, wer, äh, ja, für erfreuliche Nachrichten, wer denn wirklich, äh, ja, sozusagen jetzt für Sonntag, äh, für Donnerstag, ähm, wieder ordentlich fit ist. Geht mir ähnlich, ich habe vorhin auch nochmal krampfhaft versucht, da irgendwie Infos zu bekommen, aber, ähm, außer vielleicht dem ein oder anderen Instagram-Bild von, von den Trainings, ist da jetzt irgendwie wenig zu holen an Informationen. Ja, obwohl andererseits ist es natürlich auch so, dass jetzt gerade in dieser heißen Phase, wo du so viele Spiele hast, du vielleicht nicht unbedingt so viel jetzt noch trainieren musst und dich dann lieber so ein bisschen individuell vorbereitest und dann vielleicht trotzdem mitfährst und dass man das ein bisschen kleiner hält, also, die sind ja eingespielt. Ja, ja, also Konditionen, Konditionen kannst du jetzt eh nicht mehr machen, äh, die Taktik, ja, okay, ähm, Automatismen sind drin, aber doch, es ist eher dann für taktische Spielereien, glaube ich. Genau, und da, die kriegst du ja auch, sag ich mal, noch so mit und im meisten Fall hast du die Taktik ja wahrscheinlich auch schon mal in der Saison gespielt und kannst dich da irgendwie mit drauf einstellen, also, ich glaube schon, dass es auch so ein bisschen so ein Schutzmechanismus ist und zu sagen, okay, ich meine, hat sich auch schon der ein oder andere im Training verletzt, wenn, gerade wenn er ein bisschen angeschlagen ist, lieber nicht riskieren und dann lieber einsetzen und wenn es nur für, sag ich mal, 60 Minuten reicht, ähm, dann wäre zum Beispiel 60 Minuten von dem Sebastian Rohde werden sehr, sehr, sehr wichtig, im Gegensatz zu drei Minuten von dem Sebastian Rohde. Ja, die einen oder anderen verletzen sich im Training, die einen oder anderen verletzen sich bei irgendwelchen lustigen Schautoren in der Schwerelosigkeit. Hat er sich dabei verletzt? Na, er hat sich wohl nach dem, was ich gelesen habe, dabei nicht wirklich direkt verletzt, aber er hatte eben vorher diese muskulären Probleme und die werden natürlich durch so ein Schauding da jetzt nicht unbedingt irgendwie besser. Also, da gab es schon im Nachhinein den einen oder anderen unzufriedenen Kommentar, dass man das vielleicht auch hätte in der Situation nicht unbedingt hätte machen müssen oder halt eben dann einen Spieler nehmen, der jetzt da, wo es halt egal ist, ja, Rigota hat auch schon mal Tore geschossen. Okay, also in der Schwerelosigkeit liegt noch nicht die Zukunft. Anscheinend nicht. Noch nicht, noch nicht. In KI und Schwerelosigkeit liegt noch keine Zukunft. Nee, aber okay, gut, dann hoffen wir mal. Der große Vorteil ist, was wir nicht wissen, weiß wahrscheinlich Lissabon auch nicht, also wird es ein bisschen schwieriger, sich auch darauf einzustellen, wer spielt denn nun am Donnerstag? Das wäre vielleicht auch noch so ein Vorteil, dass man das jetzt auch bewusst so ein bisschen diese Taktikspielchen da macht und sagt von wegen, komm, trainier mal individuell, dann kriegst du zumindest mit, was auf dem Platz ist, schon ich noch ein bisschen und dann haben wir da auch noch so ein bisschen den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Ja, das glaube ich auch. Also ich würde mal vermuten, dass Rode und Gacinovic dabei sind und wieder fit sind, so was ich so rausgelesen habe oder also fit in Anführungszeichen. Ich glaube, bei Haller wird es tatsächlich am schwierigsten und Hinteregger wird das Spiel auch machen. Der wird auf dem Platz stehen. Genau. Und zur Not musst du dann halt einen Haller halt auch später dann einfach bringen, wenn es nicht komplett über die Zeit reicht, aber da, je nach Spielverlauf, wäre das ja auch schon wichtig genug. Also vielleicht musst du dann halt auch einfach fürs Augsburg-Spiel ein bisschen was in Anführungszeichen abschenken und dann mal die zweite Garde ranlassen. Ja, auf jeden Fall. Ja, wobei die zweite Garde jetzt ja nicht unbedingt schlechter ist als die erste. Ja, also ein Paciencia, der ja so ein bisschen zweite Garde ist, den kannst du ja durchaus bei anderen Mannschaften spielen, der auch in der ersten Garde. Ja, ich meinte mehr so im Hinblick auf Gacinovic und Rode, wenn man das vom Wochenende auf Schalke gesehen hat. Ja, jetzt haben wir schon so oft über Schalke gesprochen, dann lasst uns da auch mal so ein bisschen hinschwenken. Wir hatten es gerade eben schon so ein bisschen angedeutet, ein Haller war nicht dabei, ein Gacinovic war nicht dabei, ein Rode war nicht dabei. Okay, dafür war ein Abraham wieder im Kader, was mich sehr gefreut hat und auch direkt von Beginn an, der daran musste in der Abwehr gemeinsam mit Hasebe und Hinteregger, weil ein Dika auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen noch nicht so ganz fit war. Der war ja dann auf der Bank und wurde ja dann später eingewechselt. Durfte ja sehr früh ran. Sehr früh, genau in der 37. nachdem Hinteregger diesen doch leicht schwungvollen Zusammenstoß mit Freund Serdar hatte. Klammer auf, ich hätte ihm da schon gerne irgendwie vom Platz fliegen sehen, Klammer zu. Und im Mittelfeld hatten wir einen Fernandes und davor, daneben einen Degussmann und einen Willems. Und ich habe mir da schon gedacht, oh boy, was wird das? Und ganz ehrlich, wenn ich diesen Willems noch ein einziges Mal in diesem Mittelfeld irgendwie spielen sehe, dann kriege ich einen Schreikrampf. Was macht der denn da bitte? Das ist doch fürchterlich. War leider wieder eher ein mieses Spiel von Willems, aber auch Degussmann kam ja gar nicht ins Spiel rein. Der kam wenigstens nicht ins Spiel rein, aber Willems hat ja wenigstens, hat ja dann noch einen Ball nach dem anderen verstolpert. Das war doch fürchterlich. Ja, 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 was soll ich dazu sagen? Vor allen Dingen, wann hat Willems das letzte Mal ein Tor erzielt? Warum meinte er, er müsste immer aus irgendwie der 18. Reihe abziehen und dann den Ball irgendwie ins Seiten ausschießen? Das habe ich auch. Da ist auch was drin, ja. Das macht mich ganz wahnsinnig, weil es sind so Situationen, wo du eigentlich ruhig das Spiel aufbauen kannst und eigentlich alles entspannt ist, sage ich mal. Und stattdessen trümmerst du da irgendwie aus 80 Metern drauf und der Ball ist noch nicht mal in Richtung Tor. Du verbaust dir damit halt irgendwie sehr viel und auch einfach Ruhe ins Spiel reinzubringen. Und das macht mich ganz, ganz fuschig, was so dieses Spiel angeht. Aber da muss ich, glaube ich, Willems ein bisschen in Schutz nehmen, denn ich fand, man hat es gemerkt, dass Paciencia, als er kam, auch diese Bälle sehr häufig genommen hat. Und das kann eigentlich nur sein, dass da der Trainer eine Anweisung gegeben hat, versucht auch mal aus der zweiten, dritten Reihe zu schießen. Sonst kann ich mir das nicht erklären. Auch ein Paciencia hat sich ja dann auch ordentlich, ich glaube, es war sogar Willems, der ihm dann mal gesagt hat, du musst dir jetzt nicht jeden Ball nehmen und aus jeder Situation versuchen, da aufs Tor zu schießen. Boah, das hat mich vielleicht aufgeregt. Ein Willems, der irgendwie über 90 Minuten jeden Ball verstolpert und dann ranzt er den Paciencia da an. Also ich glaube, wenn er das mit dem Ribic gemacht hätte, der hätte den direkt irgendwie vom Platz geboxt. Meine Fresse! Das stimmt, aber das, ja. Sorry, Alise, ja. Nee, sorry, ich finde halt, das ist halt ein Unterschied, ob das ein Paciencia an Jovic oder an Rebic macht oder an den Willems. Also deswegen sage ich eben, wann hat der das letzte Mal sozusagen, also da finde ich, ist schon auch einfach nochmal qualitativ und offensivdrangtechnisch ein entscheidender Unterschied. Und klar, ich finde das auch gut, dass man aus der zweiten Reihe schießt. Die Frage ist nur, in welcher Situation machst du das? Machst du es in der Situation, in der du sonst keine Abzirn hast, weil das Team sich nicht anständig bewegt und du keine Abspielsituation hast? Oder machst du das in der Situation, wo du eigentlich auch nochmal rüberspielen könntest und einfach, weil du Bock drauf hast, abziehst so? Ja, definitiv. Also Willems ist da definitiv nicht der Edeltechniker, der das Ding aus der Entfernung meistens wirklich gefährlich aufs Tor bringt. Da hast du gemerkt, dass da vielleicht auch so ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand, aber wie gesagt, ich wollte ihn nur in der Hinsicht so ein bisschen in Anführungszeichen in Schutz nehmen, weil ich das Gefühl hatte, auch der Wechsel ja dann, Patience ja für Degussmann, der dann auch entsprechend sich sehr viele Abschlüsse aus der zweiten, dritten Reihe genommen hat. Also es scheint schon auch so ein bisschen ein taktisches Mittel gewesen zu sein vom Trainer, der gesagt hat, okay, versucht da auch ein bisschen die Spiele rauszulocken, indem ihr auch mal aus der zweiten, dritten Reihe schießt. Hat ja im Endeffekt auch dazu geführt, dass ein bisschen mehr Raum da war. Der Basti, ja, sag ich jetzt mal, vergleicht das immer so schön mit American Football, du kannst nicht jedes Mal laufen, sondern musst auch mal einen langen Ball spielen, auch wenn die Chance gering ist, dass er ankommt, einfach um die Reihe wieder aufzulockern. Ich fand, das hat man schon gemerkt, dass die Schalke dann auch teilweise ein bisschen früher an den Mann mussten und dadurch uns auch Räume gegeben haben, mal was zu machen. Ja gut, ich meine, wir reden hier halt auch von, gefühlt irgendwie von den Eurofightern 2-0, ja. Eine klassische Stevens-Mannschaft steht, ist halt auch irgendwie mit hinten zwei gepackten Bussen da unterwegs. Dann sind vielleicht halt auch Fernschüsse irgendwie das Mittel der Wahl, dagegen sage ich ja auch nichts. Aber dann sollte das vielleicht halt auch jemand machen, der in der Lage ist, den Ball halt auch mal zumindest in die Richtung Tor zu bringen. Und dass Nübel jetzt nicht unbedingt immer der beste Torwart ist, Klammer auf, an dem Tag, vielleicht war er schon, Klammer zu, hat er ja auch gezeigt, ja. Ja eben, also der Ball muss halt, um es aufzulockern, wenigstens aufs Tor gehen und im Notfall, im besten Fall, sagen wir, ein Abraller oder sowas bei rauskommen und dadurch auflockern. Wenn der aber ins Tor aus oder im schlimmsten Fall ins Seiten ausgeht, dann hat dieser taktische Aspekt von Auflockerung wenig. Ja, das ist leider korrekt. Aber da kommen wir doch mal zu den schönen Sachen, oder? Genau, kommen wir... Zum Beispiel die 13. Minute. Genau, klassischer Lauf von Rebic nach einer Vorbereitung von Kostic, der sich dann da durchsetzt und den Ball dann da an Nübel vorbeisetzt, der glaub ich sogar mit den Fingerspitzen noch dran war. Das war zumindest auch eine Frage, die wir bekommen haben, ob Nübel da nochmal dran war oder nicht. Also ich fand schon, ja. Ich denke auch, dass das ein bisschen Glück war von Rebic, aber auch dieses, ich will unbedingt und stelle meinen Körper nochmal rein. Er bekommt ihn dann, glaube ich, ans linke Bein nochmal und kann ihn dadurch vorbeilegen. Aber dementsprechend war schon gar nicht so richtig drauf. Allein den Ansatz da irgendwie im 1 zu 1 dann mit dem Verteidiger im Rücken da auf den Torwart zuzulaufen und zu meinen, das Ding jetzt nochmal irgendwie da an ihm vorbeizulegen, ist schon irgendwie rotzfrech. Ja, und sorgt für viele Herzinfarkte. Also da habe ich gedacht, jetzt noch ein Schleifchen und nochmal und ach, jetzt bleibt er gleich stehen, der Ball, und dann ist es wieder vertändelt und so weiter. Aber souverän dann doch gelöst, aber nicht fanfreundlich. Ja, aber wir haben halt momentan auch das nötige Spielglück, wie der eine oder andere ja sagt, auf unserer Seite. Und er kriegt den Ball dann halt doch noch irgendwie da ans Knie und ist halt reaktionsschnell genug, das Ding dann da reinzuhauen. Und das war dann so ein bisschen, ja, die Auflockerung des Spiels. Ja, aber Leute, auch wenn du hier nicht vergessen darfst, ist der Kostic mit seinem geilen Pass. Er muss das ja erst mit dem Ball so legen. Rebic-Laufweg war auch gut. Aber ich muss wirklich sagen, diese, ich meine, Kostic setzt sich da auch noch schön, durch, hat noch den Blick, läuft, ja, im Endeffekt auch wieder im Vollsprint und kriegt es noch hin, diesen Ball so fein zu spielen. Also sehr, sehr geil. Das war die Revanche für Nürnberg, würde ich sagen, oder? Ja, 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 kann man auf jeden Fall so sagen. Und man sieht natürlich, dass unsere linke Seite momentan deutlich besser funktioniert als die rechte. Da Costa ist momentan ein bisschen im Leistungstief. Kostic liefert jetzt doch wieder so, wie er sein soll und so, wie wir ihn brauchen. Ja, obwohl mir Da Costa jetzt in dem Spiel besser gefallen hat als in der Woche davor. Also wieder ein bisschen auf dem aufstrebenden Ast, auch was seine Aktion angeht, fand ich. Seine Offensivaktion. Immer noch nicht an dem gemessen, was wir von ihm gewöhnt sind oder gewöhnt waren. Aber es war eine Leistungssteigerung, würde ich sagen. Und was kostet es da? Also ich weiß nicht, was für Drogen er nimmt. Ich möchte ihn gerne auch haben. Es scheint gut zu funktionieren. Und ja, Rebic ist dann in dieser Situation. Ich finde, häufig wählt er auch die falsche Entscheidung oder macht noch einen Schlenker manchmal zu viel, wo man sich ein bisschen ärgert. Aber den macht er dann cool. Und um jetzt mal nach vorne zu springen, genauso wie Jovic diesen Elfmeter macht, das ist halt eine Qualität, die findest du halt nicht so oft, dass du das dann beides einfach so auf diese Art und Weise verwandelst. Das ist aber auch natürlich das Selbstbewusstsein, was gerade einfach jeder irgendwie vom Fußseh bis in die Haarspitzen irgendwie verkörpert. Auch wenn es vielleicht bei dem einen mal nicht ganz so gut läuft. Persönlich sozusagen. Also sehr, sehr schöne Sache. Auch wenn wir nachher natürlich auch noch zu der Elfmeterentscheidung und so weiter kommen. Es war natürlich geil, als auch die Jungs, ich glaube, es war Jovic mit Rebic zusammen, die schon wussten. Ich habe gesehen, das war ein eindeutiges Handspiel. Und natürlich, die wussten ja eigentlich schon, die haben sich schon gefreut. Auf dem Platz, gut, die Situation vorher mit dem Elfmeter, da kommen wir auch gleich zu, das ist sehr schwierig. Aber gut, handeln wir es erst mal weiter ab. Natürlich dann der kleine Niederschlag, wo mir auch ein Trab leider in der Situation nicht so toll gefallen hat. Wenn wir schon davon sprechen, dass dann der Abpraller da irgendwie kommt, das war halt so ein klassischer Abpraller. Also da erwarte ich eigentlich von dem Torwart auf dem Niveau, dass er den schon mehr zur Seite da dann weglenkt. Ich meine, dass er aus der Distanz dann die Beine nicht mehr schnell genug da beisammen bekommt, um den Ball da noch irgendwie abzuwehren. Aber mal wieder aus einem Standard, er ist eigentlich glücklich gerettet und dann kriegt er das Ding da nicht richtig um den Pfosten gelenkt und dann schiebt eben dieser Serdar das Ding da ein. Ja, ich finde, man muss es ihm verzeihen, weil er hat schon in der Eintracht oft genug einfach den Arsch gerettet. Und auch da ist einfach mal eine schwäche Phase. Okay, natürlich sieht er nicht glücklich aus, gut passiert. Ich finde eher, man muss sich fragen, warum es zu dem Zeitpunkt immer noch 1-0 stand, weil die ersten 20 Minuten von der Eintracht waren sehr druckvoll, sehr stark und da musst du einfach mehr rausholen. Und das ist, finde ich, gerade das, was mich so ein bisschen ärgert oder, sage ich mal, die Chancenverwertung ist gerade so ein bisschen kritisch, weil wenn du da nach 20 Minuten irgendwie 2-0, 3-0 führst gegen Schalke, dann ist da alles vorbei so. Und dann ist Schalke am Boden noch mehr, als sie es eh schon sind. Und das musst du halt in solchen Spielen, musst du das mehr ausnutzen, finde ich, gerade nach einer Länderspielpause. Und klar, es geht immer mal einer rein, das kann immer passieren, so wie da auch. Und da musst du dir aber dann ein Polster schaffen. Und du hast die Chancen und du hast die Spieler, um dir das herauszuarbeiten. Und da die Jovic-Chance zum Beispiel, wo er Nübel aus drei Metern direkt anschießt, die kann man auch woanders hin machen. Ja, oder dann halt den Eckball von uns, den, ich glaube, wer was Caligiuri da noch so ein bisschen nach hinten verlängert, der dann halt irgendwie blöderweise nicht reinfällt, weil Nübel da den Arm noch hochkriegt. Also da waren ja so ein paar Dinger mit dabei. Und ich fand auch, man hat danach dann wieder, also nach dem Ausgleich gemerkt, dass wir uns dann wieder so ein bisschen schwer getan haben, da ins Spiel reinzukommen. Das ist mir in den letzten Spielen immer mal wieder so ein bisschen aufgefallen. Ich fand, da war das dann auch wieder so ein bisschen ein Problem. Ja, du lässt den Gegner halt unnötig zurück ins Spiel. Ja. Ja, auch weil du natürlich auch so ein bisschen psychologisch diesen Effekt hast. Du hast wieder deine Chancen nicht gemacht. Habt ihr alles schon sehr, sehr gut gesagt gehabt. Auch insbesondere die Situation, weshalb ich nochmal gesagt habe, Drab hat mir da nicht so gut gefallen. Gerade jetzt, wo es so wichtig ist, du musst gegen Schalke. Das war normalerweise, um da oben mitzuspielen. In der Situation, wo wir uns ja im Moment befinden, Leute, Platz 4, Wahnsinn. Da musst du aber auch jeden Tag Vollgas 110 Prozent geben. Und das fängt beim Torwart an. Und ich fand, ein Drab war teilweise ein bisschen, ja, fahrig, unkonzentriert. Das ist der falsche Ausdruck. Aber dann gerade so diese leichten Bälle, in Anführungszeichen. Ich war nie Torwart, dementsprechend sagt sich das jetzt für mich leicht. Aber ein Ball, der so klar, mit klarem Blick, er sieht den lange genug. Er muss ihn eigentlich um die Ecke lenken können. Später war nochmal so eine Situation, wo er den Ball, ja, wie so an den Körper bekommt und der Ball zurück ins Spielfeld. Auch Glück gehabt, dass der dann geklärt werden konnte. Wo man gedacht hat, Mensch, Kevin, was ist denn los? Du hast uns natürlich überhaupt erst an die Position gebracht durch deine tollen Leistungen. Andererseits jetzt bloß nicht die Konzentration verlieren, unbedingt weiter dein Niveau bringen und Vollgas geben. Denn auch die Mannschaft verlässt sich auf ihn. Und so Situationen, da hast du auch gemerkt, ui, die Abwehr wird da auch so ein bisschen nervös. Was ist denn da los? Die brauchen diesen Rückhalt. Auch gerade jetzt, die Mannschaft hat jetzt auch lange da nicht zusammengespielt gehabt. Und Abraham kam jetzt auch nach langer Pause wieder rein. Also es ist dann immer so eine Verkettung von unglücklichen Sachen. Und da wünsche ich mir einfach von einem Kevin Trapp, der für mich hoffentlich auch bald die Nummer eins in Deutschland wird im Tor, wenn es mal irgendwann soweit ist. Aber der auf jeden Fall ein Niveau bringen muss, was uns einen sicheren Rückhalt zu jeder Zeit bringt. Und gerade in den, ihr habt es gesagt, letzten sechs Spielen, was jetzt noch ist, will ich so Fehler einfach nicht mehr sehen. Ja, aber ich glaube, da du hast von 110 Prozent geben gesprochen. Ich glaube aber, das, was die Mannschaft und viele von den Spielern aktuell leisten, sind halt eher 180 Prozent ihrer eigenen Leistungsfähigkeit. Ja, okay, hast du da auch hinkommen. Und da, finde ich, kann man, ist das halt auch normal, dass du dann irgendwie auch mal auf deine, gleich dein ursprüngliches Leistungsniveau zurückkehrst. Und ich verstehe deinen Ansatz zu sagen, du brauchst diesen Rückhalt beim Keeper. Und ich glaube aber, Kevin Trapp ist eigentlich dieser Rückhalt. Natürlich, ich finde ihn auch nicht immer komplett souverän. Und manchmal bringt er eine unnötige Schärfe, sage ich mal, ins Spiel rein. Aber in solchen Dingen, glaube ich, muss man es ihm einfach ein bisschen verzeihen. Jammern auf höchstem Niveau. Genau. Und da muss man halt dann auch gucken, okay, stimmt die Abstimmung? Und dass es halt einfach nicht zu solchen Situationen kommt. Und da stelle ich auch noch mal bitte die Frage, Standardverteidigung, ja, nein, vielleicht. Und ja, das ist ja immer noch dieses alte Problem, was ihr ja auch schon immer im Eintracht-Podcast irgendwie mit anspricht, dass eine eigene Ecke sorgt eigentlich für ein Tor für einen Gegner und die Ecke des Gegners sorgt für ein Tor des Gegners. Und das ist irgendwie so ein bisschen, wo ich sage, da muss man vielleicht auch einfach noch mal ein bisschen genauer hinpassen, ob man das jetzt an Trapp, der offensichtlich einen Fehler gemacht hat, festmacht. In solchen Situationen weiß ich nicht. Aber dass wir einen fitten, starken Kevin Trapp jetzt für die letzten Spiele brauchen, ist klar. Ja, und dann ging es so ein bisschen pingpongartig von links nach rechts, von rechts nach links. Immer mal wieder mit so sehr viel, also ich fand, es war sehr viel klein, klein dann über die 90 Minuten da in dem Spiel. Da waren viele Nicklichkeiten, viele Fouls, viel auch irgendwie unnötig. Da steigt jeder jedem mal irgendwie auf den Fuß. Und dann war diese Aktion mit dem Foul an Rebic im Strafraum und dem nicht gegebenen Elfmeter. Und es waren sich irgendwie alle einig, dass es ein Elfmeter ist. Ich habe es mir in der Wiederholung mehrmals angeguckt. Ich war mir da irgendwie nicht so sehr sicher. Aber für mich war es tendenziell schon mehr Elfmeter als nicht Elfmeter. Was ist so eure Einsicht dazu? Klarer Elfmeter. Ja, also ich fand auch, klarer geht es doch kaum. Er hat ihn oben gehalten, er trifft ihn unten ganz eindeutig am Fuß, der im Endeffekt nachgezogen wird, haut sich dadurch im Endeffekt selbst um. Also ich weiß nicht, was man mehr für einen eindeutigen Elfmeter will. Deshalb, ich habe es umso weniger verstanden. Ich habe noch gedacht, ach Mist, ist saugeil. Endlich mal Video Assistant Referee, macht mal Sinn. Endlich kann er es sich nochmal angucken. Aus dem laufenden Betrieb siehst du das vielleicht nicht richtig. Oben hält er ja nicht zu offensichtlich. Aber unten gerade diese Berührung. Dann geht er da hin und zeigt, okay, es gibt Abstoß. Da habe ich gedacht, ich verstehe die Welt nicht mehr. Was ist denn da los? Also da muss ich schon sagen, es hat mich schon sehr gewundert. Und gerade auch die Situation war wieder so unsouverän. Der Kerl guckt sich das Video 20 Mal an. Es wird hin und her gemacht. Also die Begründung war ja dann auch, glaube ich, von wegen, er hat das selbst noch gesehen gehabt. Genau. Also ich kann es beim Wort lesen. Ja, gerne, 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 gerne. Im Originalablauf des Spiels habe ich oben ein Halten gesehen und einen Kontakt im Fußbereich und habe deswegen das Spiel weiterlaufen lassen. Okay, macht schon persönlich so viel Sinn. Nee, eigentlich nicht. Nach Intervention des Video Assistants habe ich mir in der Review Area selbst ein Bild von dem Vorgang gemacht. Ich konnte da keine Divergenz sehen zwischen meiner Meinung auf dem Spielfeld und dem Bildmaterial. Daher bin ich bei meiner Entscheidung geblieben. Also wenn es ein wahr klarer Elfmeter gewesen wäre, hätte ich gesagt, jawohl Junge, du hast genau alles richtig gemacht. Denn er sagt es ja schon, er sagt es ja selbst, er hat ein Halten und eine Berührung am Bein gesehen. Was brauchst du denn mehr für ein Elfmeter? Das klingt, als hätte er vergessen, dass er nicht gepfiffen hat. Ja, genau. Also das ist schon sehr skurril. Ja, das könnte auch eine Erklärung dafür sein. Okay, ja. Also weil, ich meine, er sagt ja, ich habe oben ein Halten gesehen, Punkt 1, und ich habe einen Kontakt im Fußbereich gesehen, Punkt 2. Diese zwei Dinge, ich sage mal, das Halten, ist jetzt meine persönliche Meinung, nicht seine Meinung, hätte wahrscheinlich nicht unbedingt ausgereicht. Genau, keine Idee. Aber dann noch der Fuß dazu. Und dann sagt er im gleichen Satz, deswegen habe ich das Spiel weiterlaufen lassen. Hä? Und dann hat er die Bilder gesehen, und die sagen genau das Gleiche wie sein Eindruck. Und dann bleibt er bei seiner Entscheidung, keinen Elfmeter zu geben. Das ist, sage ich mal, eine sehr unglückliche Erklärung für das, was da getan wurde. Ist die Erklärung jetzt, weil ich eine Fehlentscheidung aus dem laufenden Bild getroffen habe und mir nochmal angeguckt habe und die Fehlentscheidung dann wieder getroffen hätte, habe ich nicht gepfiffen und habe es auch nicht korrigiert. Das ist ja im Endeffekt das, was er da eigentlich sagt, oder? Also meiner Meinung nach, vielleicht ist das, es ist schon sehr, 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 sehr skurril, dass er da auch, diese Formulierung ist sowieso totaler Bullshit, aber auch, du kannst dich doch nicht da hinstellen, kannst noch sagen, ich habe zwei Fouls gesehen. Das erste Foul war mir vielleicht ein bisschen zu wenig, der Fußkontakt. Man sieht es ja in den Videoaufnahmen und er guckt sich das ja wirklich, wenn er es jetzt schnell gesagt hätte, ich habe nur einmal gesehen und ja, da war es nicht wirklich zu erkennen. Man muss mir sagen, ja, warum gibt es überhaupt den Video Assistant Referee? Aber er guckt es ja wirklich, glaube ich, aus keiner Ahnung wie viel Perspektiven an. Und was wir ja hier im Fernsehen sehen, ist ja nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was überhaupt da zur Verfügung steht an Kameras. Und entweder war da ein Winkel dabei, wo man sagt, okay, da hat er ihn überhaupt nicht getroffen und wir alle liegen falsch, meinetwegen, dann kann man das aber bitte auch so formulieren und so der Presse weitergeben. Das, was er da erzählt, ist einfach nur Bullshit. Ja, die Frage ist natürlich immer dieses mit der klaren Fehlentscheidung. Ist es eine klare Fehlentscheidung, ihn nicht zu geben? Das ist ja wohl irgendwie immer diese offensichtliche, ansonsten vorläufige Empfehlung, die sechs Stunden Podcast von Kolinas Erben. Ja, genau, genau. Also das war ja auch, glaube ich, so ein bisschen die Argumentation, dass er gesagt hat, so nach dem Motto, Ermessensspielraum und deswegen Graubereichsentscheidung, dies, das, Ananas. Ja, es macht er, also er hätte sich halt mehr gefallen getan, wenn er es nicht kommentiert hätte im Nachhinein, weil dann ist es halt einfach okay, er hat es halt nicht so gesehen, meinetwegen, auch nicht beim Anschauen, also er findet das nicht elfmeterwürdig, auch darüber kann man streiten, aber mit der Erklärung wird es halt ein bisschen, da tut sich halt der Videoschiedsrichter und der Schiedsrichter keinen Gefallen, weil wie sollst du das dann nachvollziehen, ob jetzt als Journalist, als Fan, als Zuschauer vorm Fernseher oder als Offizieller von einer von den beiden Teams? Ja, also es ist und bleibt eine sehr, sehr undurchsichtige Erklärung und wie du schon so richtig sagst, er wäre wahrscheinlich einfach Stauer gewesen, hätte einfach gar nichts gesagt und dann hätte man sich weniger im Nachhinein über ihn aufgeregt, als das, was dann da am Ende noch kam. Aber es ist ja trotzdem gut ausgegangen. Aber es ist ja trotzdem gut ausgegangen, weil es ja dann noch die zweite Video-Assistent-Referee-Aktion an dem Tag gab, in der 96. Minute gepfiffen, in der 99. dann nachher ausgeführt, ein für uns gegebener Handelfmeter. Wie Dennis schon so richtig sagte, die waren sich alle relativ einig, dass es ein Handspiel ist. Es gab ja die Szene, wo dann ein Rebic und ein Jovic da standen und schon so ein bisschen sich überlegt haben, wo denn der Schütze hinschießen könnte, was eine gute Position wäre. Also die waren sich sehr, sehr sicher und ich war mir da eigentlich auch sehr sicher, sowohl in der Originalgeschwindigkeit als auch in der Wiederholung. Da hat der Arm halt an der Stelle einfach nichts zu suchen. Ja, es ging ja primär ums Schubsen von Abraham, so wie ich es sozusagen verstanden habe. Der Schalker, die ja gesagt haben, von wegen nach dem Motto, der Schalker war glaube ich wieder Caligiuri, wäre ja geschubst worden und da war ja dann die Entscheidung von Schläge mal zu sagen, okay, das ist ein normaler, handelsüblicher, im Fußball vorkommender Zweikampf. Und ja, aber die Hand hat halt da oben nichts zu suchen. Ja, dann ging es halt darum, dass die Hand von, also das, nee, nicht die Hand von der Schulter, sondern der Ball von der Schulter an die Hand abprallt. Ich finde, also ich finde, du kannst ihn geben. Ich finde nicht, dass du ihn geben musst zu 100 Prozent. Würde ich jetzt, also ich, ich sage mal so, wenn es für uns gepfiffen, gegen uns gepfiffen werden würde, dann würde ich mich wahrscheinlich ein bisschen mehr aufregen. Aber du kannst ihn auf jeden Fall, es ist eine vertretbare Entscheidung, ihn zu geben. Es ist jetzt keine krasse Fehlentscheidung, ihn zu geben, finde ich. Also ich muss, ich muss sagen, da bin ich ein bisschen anderer Meinung. Ich finde schon, dass es, dass es auf jeden Fall ein Handelfmeter ist. Aber ihr habt natürlich ein paar Punkte angesprochen, die natürlich dazu berücksichtigen sind. Die Situation ist natürlich beschissen und die Aufregung der Schalke. Ich hätte mich auch tierisch aufgeregt, aber welcher Fan macht das nicht bei der eigenen Mannschaft? Auf der anderen Seite natürlich auch die Situation. Mann, du hast gedacht, komm, du hast gekämpft, dann Serdar knallt ja dann Kostic da noch um und kriegt dafür im Endeffekt gelb-rote Karte. Du sagst noch, naja, gut gemacht, weil du hast das Spiel noch unterbrochen und damit ist es fertig. Dann aus diesem Freistoß entsteht die Situation, dass du im Endeffekt da diesen Handelfmeter verursachst. Das ist einfach dieser Schalker-Hass, der da ja jetzt aufgekommen ist. Und ah, das Spiel ist geschoben und ihr habt nur, dann wird so ein Quatsch erzielt, wie ihr habt 99 Minuten gespielt, damit die Eintracht noch ein Tor machen kann. Also Leute, bitte, ihr habt definitiv, so lange wurde da rumgeeiert und die Entscheidung, René hat es schon gesagt, ich glaube, es war sogar die 94. Minute. Oder die 4. Minute, also er hat relativ lange geguckt, aber das fand ich in der Tat auch wieder gut. Dann in der Situation sich das halt auch wirklich detailliert anzugucken, weil ja, es ist immer doof, wenn das dann ewig lange dauert, aber auf der anderen Seite willst du ja dann auch gerade, wenn sowas ist, dann am Ende eine richtige Entscheidung haben, wenn es halt die letzte Spielszene ist. Ja, wenn du in der Minute einen Elfmeter pfeifst oder nicht, dann musst du dir zu 100 Prozent sicher sein. Und das fand ich halt auch spannend an der Situation, er ist ja hingegangen und hat ja aktiv das Spiel unterbrochen. Ja. Also das war mir in meinem Regelverständnis auch noch nicht klar, dass der Schiri in dem Fall proaktiv das Spiel unterbrechen kann, um eben die Überprüfung durch den Video Assistant Referee zu ermöglichen. Ich weiß gar nicht, ob das so läuft, dass der dann nicht einfach schon sagt, das musst du dir nochmal, das musst du überprüfen oder das musst du dir anschauen. Schon aktiv quasi. Und ich glaube, in solchen Situationen, ich weiß nicht, wie es ist. Naja, nee, stimmt gar nicht. Wenn das Spiel abgepfiffen ist, dann ist ja wurscht. Das haben wir ja bei Freiburg damals gesehen. Solange der Schiedsrichter noch auf dem Platz ist, also das Feld noch nicht verlassen hat, selbst nach dem Abpfiff, kann der VAR noch eingreifen. Ich glaube, das ist aber auch so etwas, was sie aus dieser Mainz-Freiburg-Geschichte da gelernt haben, dass die das an der Stelle nicht mehr rollen. Also gerade, ich stelle dir mal vor, da wäre das wieder genauso gewesen. Ich glaube, die Schalker hätten den in der Luft zerrissen. Ja. Auf jeden Fall. Die Angst, dass noch was anderes passiert in der Zeit, war, glaube ich, auch relativ groß. Also, dass es halt noch in eine andere Situation kommt, die strittig ist oder sonst irgendwas, weil es war ja, jetzt ging ja schon heiß her. Deswegen hat das, glaube ich, lieber abgebrochen, um sich dann zu entscheiden. Und es war ja eh schon, die Nachspielzeit war ja damit dann auch schon fast abgelaufen. Das heißt, es hätte dann wahrscheinlich, wenn er es nicht gepfiffen hätte, hätte er Schiedsrichter Ball gegeben und dann hätte er abgepfiffen, glaube ich. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen, dass es im Endeffekt sowieso der Schlusspfiff gekommen wäre und er dadurch dann im Endeffekt einfach noch gesagt hat, bevor wir jetzt wieder die Skyer haben, ich habe abgefiffen und danach wird es noch überprüft. Das ist dann im Endeffekt so. Aber Regelkunde, gerade mit wann darf wieder Video Assistant Referee eingreifen und was es da los ist, ist so grauenvoll geregelt auch. Das ist halt auch immer unterschiedlich von Spiel zu Spiel. Ja, das ist das Schlimme eigentlich, ja. Und ich finde, deswegen bin ich bei der Handspielnummer auch so ein bisschen, sag ich mal, neutraler, weil mir, ich mag diese Handspielregelung überhaupt nicht, weil es gibt halt einfach keine Regelung. Es ist halt einfach wahllos. Und deswegen finde ich, in zehn anderen Fällen wird es vielleicht nicht gepfiffen und in zehn drauffolgenden dann wieder schon. Also es ist halt nicht konsistent und da tue ich mich halt ein bisschen schwer, weil meine Meinung ist halt, man könnte es einfach machen wie beim Hockey, Fuß ist Fuß und Hand ist Hand und dann muss man sich halt überlegen oder die Überlegung, dass wenn es halt unabsichtig ist, dann ist es halt ein indirekter Freistoß. Da gab es ja auch schon mal diese Ideen, die mit reinkamen. Ich glaube sogar über den Alex von Colinas Erben und so, was ich eigentlich sinnvoll finde. Und dann hast du irgendwie eine klare Unterteilung, als wenn du jetzt, aber so, ja, es ist ein Handspiel, aber es ist natürlich unglücklich. Ja, es wirkt so ein bisschen sehr auf die Haut. Dass die Hand da nicht zu suchen hat, ja, auch, aber puh, ha, ich meine, keine Ahnung. Wenn man selbst mal ein bisschen Sport gemacht hat, würde ich sagen, hat man nicht immer alle seine Gliedmaße unter Kontrolle. Ja, das ist richtig. Also es ist auf jeden Fall eine schwierige Entscheidung. Aber in dem Fall, wir haben lange gesagt, es bräuchte auch einfach mal wieder so einen dreckigen Sieg. Ich glaube, der war dreckig genug. Der war dreckig genug. Und 52 Punkte, Leute, nach 28 Spielen, ist einfach nur saugeil. Ich glaube, es ist die beste Saison seit Einführung der Drei-Punkte-Regel für die Eintracht, wenn ich es richtig gelesen hatte. Also sehr, sehr cool. Wir sind zwei, ich klopfe schon mal provisorisch hier auf den Holztisch, 2019 immer noch ungeschlagen. Zu dem Zeitpunkt, als das Spiel abgefiffen wurde, sah mein Tippschein noch gut aus. Und dann kam das Topspiel und dann verlesen sie ihn. Das ist vollkommen Wahnsinn. Ich komme damit überhaupt nicht zurecht. Also es ist mega geil, ich meine Sebastian Basti, aber ich halte es irgendwie auch nicht mehr so richtig aus. Weil das ist so dieses E-Mail, du hast dann dieses Quäntchenglück. Also das ist so, dann kriegst du in der 94. Minute noch einen Elfmeter. Und den verwandelt Jovic dann, ohne irgendwie auch nur zu zittern oder sich in die Hose zu machen, so wie jeder Fan wahrscheinlich. Und das ist unfassbar geil, weil es so ungewöhnlich ist. Also weil man es halt auch nicht... Dass es endlich mal für uns läuft, ja. Genau. Und man möchte das Glück eigentlich gar nicht fassen, weil man irgendwie das Gefühl hat, jetzt gleich ist es wieder vorbei. Jetzt ist es vorbei. Und dann kommt das nächste Spiel und dann ist es immer noch nicht vorbei. Und dann denkst du, na gut, aber jetzt muss es vorbei sein, weil es kann ja gar nicht gut gehen. So jetzt habe ich schon wieder den Modus, dass ich denke, oh Gott, das wird sich gegen Benfica rechnen. Da kriegen wir irgendwas ganz Unfaires. Und so zieht es sich irgendwie durch. Und jetzt ist die Saison fast vorbei und es ist irgendwie noch nichts passiert. Ja, man wartet irgendwie minütlich drauf, aus diesem Traum aufzuwachen und festzustellen von wegen, das war ein geiler Traum, aber es wird niemals Realität werden. Ja, wir haben das einfach, wir sind es alle gewöhnt, dass normalerweise die Eintracht, gerade wenn du ein bisschen am Aufstreben bist, hast du immer einen in die Magengegend bekommen. Dann, oh, und dann wieder gegen Gegner, gerade wie Schalke. Ach, das ist so ein typischer, die Diva von Main, warum heißen wir so im Endeffekt, das ist so typisch gewesen. Die Starken haben wir locker bespielt, unten dann gegen so, Anführungszeichen, Problem und fürchterliche Vereine, die eine Saison spielen, die wirklich absolut zum Kotzen ist. Da hat man sich dann hingestellt und hat gesagt, komm, wir schenken euch die drei Punkte, wir sind die Eintracht. Ich wollte gerade sagen, in der Vergangenheit hast du ja nicht eine in den Magen bekommen, sondern du warst ja derjenige, der auf den Platz gegangen ist und hat gesagt, bevor der mir eine reinhaut, haue ich mir lieber selbst eine rein. Ja, Aufbaugegner Eintracht Frankfurt. Für jeden Abstiegskandidaten war das das Beste, was passieren konnte. Hier ist der Ball, hier, wir geben euch Platz. Tut was draus, macht was draus. Wir haben nämlich nichts dagegen. Und jetzt, ich meine, es war kein gutes Spiel, muss man auch mal sagen, finde ich, Schalke. Also man muss jetzt auch nicht schöner reden, als es ist. Und ich wäre auch mit dem Punkt zufrieden gewesen, muss man ja auch sagen. Also klar muss man mehr rausholen als Eintracht Frankfurt, wie man heutzutage ja jetzt sagen muss. Aber dass es dann am Ende wieder drei sind, ist halt komplett irre. Also es ist einfach unfassbar. Aber du hast, Alessa, du hast schon gesagt, dieses Glück dann in der 94. Minute, das hat dir so oft gefehlt. Das ist ja gerade dieses, normalerweise ist das so was Typisches gewesen, ach, dann kriegst du den Elfmeter vielleicht sogar noch zugeschrieben, und dann hast du einen, dem Zittern so die Beine, dann schießt er den Ball am Tor vorbei. Das haben wir ja alles erlebt schon, wo wir gesagt haben, oh Gott, das ist für uns immer Eintracht Frankfurt gewesen. Und klar waren wir trotzdem total euphorisch. Und ja, und jetzt geht's. Hier hat man einfach Angst. Hier hat man mittlerweile Angst, weil es so unglaubwürdig ist. So ein Wahnsinn, dass du merkst, oh Gott, wie soll das noch weitergehen? Du spielst jetzt das nächste Spiel. Das wäre normalerweise früher immer gewesen. Da hätte ich Magenschmerzen gehabt. Heute freue ich mich schon drauf und denke, meine Güte, mal gucken. Ich hoffe, die Serie geht so weiter gegen Augsburg. Du hast gesagt, Alice, gegen Lissabon ist normalerweise was, wo du früher gesagt hättest, in der Liga, da läufst du gut, du scheitest garantiert jetzt aus oder kriegst im Hinspiel so eine Packung, dass nichts kommt. Toi, toi, toi. Holzklopfen auf jeden Fall. Aber das ist normalerweise die Eintracht. So wie die momentan drauf ist und so wie die auch von der Moral und vielleicht Körpersprache sind, ist das nicht mehr von wegen, wir haben Angst jetzt hier, die nächsten Schritte zu machen, sondern geil, wo sind sie, auf geht's. Und auch Njovic, was Interview-mäßig, hat ja da auch so ein bisschen eine Fede mit seinem alten Betreuer oder ich weiß nicht, oder irgendein Spieler von Lissabon. Finde ich geil. Es sind Spieler jetzt, wo du auch merkst, Mann, die haben richtig Bock, die sind richtig heiß drauf. Und das hat uns lange gefehlt. Und gerade dieses, ich habe Angst davor, weil eigentlich wurde ich immer geschlagen wie ein Hund und auf einmal streichelt mich mein Herrchen. Oh Gott, ist das wirklich ernst gemeint oder nicht? Ich glaube, langsam können wir wieder vertrauen, können wir sagen, hey, Eintracht, du bist echt geil und ich habe jeden Tag Bock, mit dir die Zeit zu verbringen. Ja, und auch dieses, du hast gegen die Eintracht erst was geholt, wenn das Spiel abgepfiffen ist. Also so blöd es klingt, aber die Eintracht ist sich sicher, dass sie bis zur letzten Sekunde noch ein Tor erzielen kann und versucht es auch. Das war gegen Hoffenheim ja auch so. Und jetzt auch, du hast halt einfach die Vertrauen da auf sich. Und irgendwie, Jovic hat ja dann auch noch im Interview gesagt, ja, er war sich sicher, dass er den Elfmeter reinmacht. Der Junge ist irgendwie 22. Also, how cool is that? Also, ich wäre wahrscheinlich mit wackelnden Knien und wäre auf dem Weg dahin zusammengebrochen oder sowas, weil vor Angst, was passiert. Das ist irgendwie, das ist halt was ganz anderes, als wir es in den letzten Jahren gewöhnt sind. Und wir waren eigentlich eher in so einem Spiel der FC Schalke quasi, wenn man es mal überträgt, ja. Diese ominösen 86. Minute damals. Danke, ja, genau, genau, richtig, richtig, ja. Wo wir immer gegen die Kraft gefehlt haben, ja. Genau. Das war ja, du hast es ja gerade eben angesprochen, so wir kämpfen wirklich, bis das Spiel halt rum ist. In der Vergangenheit war es ja auch oftmals so, dass du eigentlich bequem ab der 80. Minute nach Hause gehen konntest, weil du eigentlich einfach wusstest, wenn noch was passiert, dann maximal, dass wir noch ein Tor kassieren, aber dass wir es irgendwie noch mal irgendwie drehen oder einen Anschlusstreffer machen oder irgendwas, das gab es ja einfach über Jahre hinweg nicht. Ja, und ich glaube auch, um den Bogen zu spannen, dass das ein großer Vorteil gegenüber Benfica sein könnte, wenn wir da so selbstbewusst auftreten. Sehr gut. Spannen wir doch da mal hervorragenderweise den Bogen. Eine schöne Begleitung. Bevor wir auf das Spielerische kommen, uns hat ein Aufruf oder eine Information von einem Hörer erreicht, seines Namens nach Moritz, der gerade rein zufällig Urlaub machte in Lissabon und sich einfach mal ein bisschen umgehört hat, ob es nicht irgendwie eine Möglichkeit gibt, vor Ort noch an Karten zu kommen und einfach mal seinen Airbnb-Gastgeber angefragt hat, so nach dem Motto, ey, kennst du nicht einen hier, der Mitglied ist und mir eine Karte geben kann? Long story short, was am Ende draus wurde, ist, dass dieser Vermieter gleichzeitig auch noch irgendwie dort Comedian und TV-Moderator ist und die sich jetzt kurzfristig drauf geeinigt haben, so eine kleine Fan-Thematik irgendwie vor dem Stadion zu machen mit Lissabon-Fans, mit Eintracht-Fans. Es wird wohl irgendwie ein Kameramann vor Ort sein. Man wird so eine kleine Euro-League-Fan, so ein kleines Fan-Video irgendwie draus drehen. Es gibt vielleicht auch die Möglichkeit, darüber noch irgendwie die eine oder andere Karte zu organisieren. Also wenn jemand vor Ort ist in Lissabon und sagt von wegen, hey, coole Aktionen, würde ich mitmachen, finde ich cool oder hey, ich bin sowieso da unten und ich bräuchte noch eine Karte und ich hätte Bock, da irgendwie mitzumachen. Wir könnten euch den Kontakt an der Stelle zu Moritz vermitteln. Ich will jetzt nicht einfach seine Telefonnummer hier mit raushauen, weil die Freigabe haben wir nicht. Aber wenn ihr uns einfach per Mail an info.eintracht-podcast.de anschreibt oder per Twitter.dm oder Facebook.dm, dann würden wir da mal die Kontaktdaten vermitteln. Ich glaube, die könnten auch den ein oder anderen Eintracht-Fan gebrauchen, der da irgendwie bei so einem, ja, die wollen irgendwie was Lustiges machen, so ein Gesangswettbewerb oder sonst irgendwie was. Also wer Lust auf sowas hat. Verkostung habe ich auch gelesen, oder? Bitte? Gab es nicht auch noch eine Blindverkostung? Die Idee war auch irgendwie Blindverkostung, Eppler gegen Citre. Also von daher. Entspannt. Das eine oder andere könnte da gehen. Ja, wer Bock auf sowas hat, meldet sich bei uns und wir vermitteln euch den Kontakt zu Moritz und dann gucken wir mal, was am Ende da draus wird. Wenn ihr Glück habt, taucht der Basti auch noch auf, der es in den USA nicht aushält und sich doch spontan noch einen Flug bucht und dann auch eine Karte braucht. Ja, wie Basti so gerne sagt, alles geht, nichts muss. Genau. Ja, aber dann lasst uns auch einmal auf das Spielerische gucken. Ähm, Hinteregger hatten wir vorhin schon gesagt. Äh, läuft mit geschienter Hand und leicht lädiertem Kehlkopf auf das Tier. Ähm, Halea, Gacinovic, Rode sind so ein bisschen, ja, individuell am Trainieren. Fragezeichen. Wären aber aus meiner Sicht gerade ein Rode im Mittelfeld, Entschuldigung, extrem wichtig. Der Downer kam heute so ein bisschen, als man, als bekannt wurde, welcher Schiedsrichter für das Spiel angesetzt ist. Und zwar ist das der Herr, äh, Anthony Taylor. Sagt euch der Name noch was. Was hat er gepfiffen? Der hat uns gepfiffen im Spiel in Donetsk. Ja. Das war dieser freundliche Mensch, der irgendwie mit 1248 Karten in der ersten Halbzeit um sich geschmissen hat. Ja, wurscht, der hat was gut zu machen, der macht ein anderes Spiel. An solchen Kleinigkeiten halten wir uns nicht auf. Ja. Musste souverän runterspielen, wenn der jetzt irgendwie kacke ist. Der hat jetzt einspielt, hat er jetzt nicht gut gepfiffen. Nach vorne schauen, abhaken, weitermachen. Egal. Gute Einstellung, ja. Das ist irgendwie gerade so ein bisschen eklig mit diesem fürchterlichen Optimismus. Aber dann gut. Ja, das will ich, ist mir auch nicht geheuer. Aber man muss es ja irgendwie, also das jetzt an den Schiedsrichter festzumachen, ist mir halt in der Situation, in der die Eintracht ist, auch zu leicht. Natürlich können wir vielleicht am Freitag, müssen wir eine Sondersendung aufnehmen, in der ich 20 Minuten über den Schiedsrichter schimpfe, nicht hoffe. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Also ich glaube, dass du in dieser Situation, darfst du es gar nicht dazu kommen lassen, dass der Schiedsrichter dein Spiel bestimmt. Sehr gut, ja. Und dann, ja, ich meine, es gab schon viele Situationen, wir hatten es jetzt auch mit dem Stegemann, der ja auch gegen Wolfsburg bei unserem Spiel nicht sich unbedingt viele Freunde gemacht hat und so. Aber irgendwie gleicht sich sowas ja dann auch irgendwie, irgendwie habe ich das Gefühl, dem Leben dann irgendwann aus. Und vielleicht ist es jetzt dieses Spiel, dass der jetzt schon wieder ein Spiel pfeift, finde ich ein bisschen ungewöhnlich. Das finde ich auch total skurril, ja. Da gibt es ja nichts an, da gibt es keine anderen Schiedsrichter mehr. Gibt es denn sonst keine mehr? Naja, das andere Spiel darf er ja nicht pfeifen. Ja, gut, wegen englischer Beteiligung. Wegen englischer Beteiligung. Dann könnte man natürlich auch generell die Frage stellen, warum darf ein Engländer jetzt überhaupt noch pfeifen, wenn prinzipiell da eine englische Mannschaft noch mit im Wettbewerb ist? Weil in anderen Wettbewerben ist das ja meines Wissens nach so, dass dann die Schiedsrichter aus dem Land eigentlich ja nicht mehr dürfen. Ich glaube, das geht dann nur ums Halbfinale tatsächlich. Okay, also ab Halbfinale dann quasi. Ja, aber geraten, ne? Also kein... Also er hat hier auf jeden Fall, er hat dieses Jahr schon Champions League gefilmt, Champions League Qualifikation, natürlich dann Euroleague auch. Also er hat definitiv offensichtlich ein gutes Standing bei der UEFA. Und naja, gut, dann ist es halt so, ne? Wollen wir doch mal hoffen, dass das Donetsk-Spiel das einzige war, was er jetzt, sag ich mal, nicht ganz so souverän gemacht hat. Und auch da muss man ja sagen, es sind ja dann auch schon extrem subjektive Meinungen wahrscheinlich, weil man natürlich auch emotional drin ist. Deswegen konzentrieren wir uns lieber aufs Spiel. Ich glaube, der Vorteil ist dabei halt dann wirklich, und das ist dann das Selbste, was ich jetzt zu dem Schiedsrichter noch sage, dass wir halt einfach wissen, wie er bei manchen Dingen irgendwie drauf ist, weil wir es halt einfach schon mal erlebt haben. Ja, das kann dir vielleicht auch an der Stelle schon auch so ein bisschen helfen. Ich weiß nicht, ob er schon ein Spiel von Lissabon in einem der Wettbewerbe dieses Jahr gepfiffen hat. Das macht mir tatsächlich, da muss ich nochmal eingreifen, René, weil das macht mir ein bisschen Angst, denn gerade dieses Bissige und das Scharfe musst du eigentlich gegen Lissabon bringen, um die auch ein bisschen im Zaun zu halten. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass genau das so gesagt wird, oh, spielt ein bisschen vorsichtig, Achtung, Anthony Taylor ist ein bisschen schnell mit der Karte, da lieber nicht zu hart dran gehen, weil das kann fatal enden. Weil ich glaube, gerade gegen Lissabon musst du auch relativ hart mal, naja, ich sage mal, auch mal einen Schuh auspacken, der vielleicht nicht ganz nur den Ball trifft, sondern eben Ball und Spieler, in dem halt normalerweise, wenn du ihn von EuroLeague spielst, ist es ein normaler Zweikampf oder es ist mal ein Foul und gibt dann halt Freistoß. Aber hier ist halt leider Anthony Taylor schon so ein bisschen zumindest, ihr habt es gesagt in dem Donetsk-Spiel, das war schon sehr kleinlich teilweise und auch komisch. Und da habe ich ein bisschen Angst, dass natürlich jetzt die Spieler da nicht mit diesem Elan rangehen, weil das darf auf keinen Fall sein. Dann musstet ihr eben, ja, vielleicht am Anfang zumindest die Szene mal angucken, ist er wieder so kleinlich, dann musst du vielleicht zurückrudern, aber nicht von vornherein schon angezogene Handbremse. Ja, aber du weißt halt zumindest, in welche Richtung es geht und dann machst du halt einfach mal so einen Testfoul in der zweiten Minute und dann siehst du ja, wenn er mit dem gelben Karton wedelt, alles klar, Handbremse anziehen. Aber dann bitte einer der Stürmer und dann passt das, ja. Der die gelbe Karte kriegt. Ich meine, andererseits war er in seiner Art und Weise ja dann auch wenigstens, sag ich mal, konsistent. Also er hat halt relativ früh entschieden, dass er eine harte Linie ziehen will, die vielleicht zu hart ist und sehr unenglisch, aber das hat er dann wenigstens durchgezogen. Also da kann man sich ja dann auch ein bisschen drauf einstellen. Ja, das ist in der Tat korrekt. Ja, und dann spielen wir eben gegen besagte Lissaboner Mannschaft, wo auch der ein oder andere ehemalige Eintrachtspieler unterwegs ist. Wir treffen da unter anderem auf den Seferovic, der auch so ein bisschen, ja, gerade eben, ich weiß nicht, ist es zweiter Frühling, dritter Herbst, fünfter Winter, keine Ahnung, gefunden hat und ja auch gerade so ein bisschen wieder am Tore schießen teilnimmt. Ich glaube, was hat er in der Liga geschossen? Hat er jetzt gemacht, glaube ich. Auch schon irgendwie zweistellig, also 17 oder 18. 18 Tore hat er jetzt gemacht, glaube ich, ja. Also von daher auch gerade irgendwie am Laufen. Ja, Doppelpack am Wochenende gemacht, also es ist auf jeden Fall schwierig. Lissabon ist jetzt auch nicht, wie nennt Basti, dass du gerne eine Bratwurstmannschaft. Nö, ist es nicht, aber ich glaube, du gehst nicht als Favorit rein, als Eintracht Frankfurt, aber die haben eine sehr junge Mannschaft, noch ein bisschen unerfahren auch und spielen eine gute Saison und Haris Seferovic hat sich, glaube ich, sehr stark bisher präsentiert und hat jetzt auch irgendwie durch den Trainerwechsel dort wieder Fuß gefasst und auch der Joao Felix, oder wie er heißt, der ist ja irgendwie das, mit 19 Jahren das Talent schlechthin und wird irgendwie von allen Top-Teams gejagt. Das ist schon eine gute Mannschaft auf jeden Fall, aber wie ich ja vorhin auch schon bei meiner Brücke gesagt habe, ich glaube, wenn du dort mit Selbstbewusstsein auftrittst, dann kannst du da denen auch, kannst du dir auch Respekt, bekommst du auch viel Respekt entgegen, gerade bei den vielen jungen Spielern und das musst du dann halt umsetzen. Ja, also es ist definitiv kein Spiel, was wir auf dem Papier direkt verloren haben, es ist aber auch kein Spiel, was wir direkt gewonnen haben. Ich glaube, Jovic selbst hatte es heute in einem, oder war es Abraham? Einer von den beiden hatte es in einem Interview oder in einem Beitrag auch gesagt, dass das ein 50-50-Spiel ist. Das ist dann wieder der Moment, wo ich mich dann wieder leicht kneife und die Augen greibe, in dem Moment, wo wir sagen, dass das Spiel der Eintracht gegen Lissabon ein 50-50-Spiel ist. Ich glaube, viel kommt darauf an, wie du ins Spiel reinkommst, wie du auftrittst und wie du zu Beginn zeigst, so hier, ich bin hier und ich habe Bock auf das Spiel und wir wollen hier auch was mitnehmen. Ja, und dann auch so ein bisschen auf die taktische Einstellung vom Trainer, ob wir halt wirklich da dann auch erstmal auf Hauptsache zu Null irgendwie spielen, um dann im Heimspiel oder ob du sagst von wegen frühes Auswärtstor, um hier direkt irgendwie Akzente zu setzen. Das ist dann auch so ein bisschen die spannende Frage, welche Ausrichtung der Trainer da da dann vorrät. Kontrollierte Offensive, würde ich sagen. Ja, genau. Sehr gut, sehr gut, ja. Also ich glaube, du kannst nicht auf, also dieses, ich mag das nicht auf kein Gegentor zu spielen. Ja, das ist ganz risky und dann bekommst du halt in der 94. Minute noch irgendwie ein Ding und dann hat dir die letzten 90 Minuten original gar nichts gebracht. Also, und ich glaube auch nicht, dass du dafür eigentlich die Mannschaft hast, sondern du hast diesen Offensivdrang und irgendwie, einer geht irgendwie immer. Ich glaube auch, was uns ein bisschen helfen könnte, ist, Abraham kennt ja Seferovic noch aus der Frankfurter Zeit, dass er vielleicht, ich denke ja, dass Abraham, wir kommen ja gleich zur Aufstellung, spielen wird. Da könnte, ich denke, dass da auch noch was, so gerade Laufwege und so weiter aus der alten Zeit, die man zusammen dann auch so ein bisschen erlebt hat, vielleicht zu unseren Gunsten dann gerade ein guter Abwehrspieler wie Abraham, der jetzt auch ja immer mehr hoffentlich ins Spiel auch reinkommt. Letztes Spiel, der auch schon ganz ordentlich gespielt hat für die lange Verletzungspause. Also er da doch, ja, Seferovic auch ein bisschen das Leben schwer machen kann. Und auch Hasebe natürlich, der ja auch ihn kennt. Also ich mache mir da schon, zumindest die Hoffnung ist bei mir da, dass diese Laufwege und insbesondere dieser Höhenflug von Seferovic da auch hoffentlich an dem Tag zumindest ein Ende nimmt. Ganz kurz, wir reden immer noch über das Viertelfinale der Europa-League-Eintracht-Frankfurt gegen Benfica-Lissabon. Das ist so verrückt. Sorry, ich glaube, ich muss irgendwie so ein Bot einstellen, der alle drei Minuten twittert, bitte nicht kneifen, bitte nicht kneifen, bitte nicht kneifen. Ja, irgendwie sowas in der Richtung wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Wahnsinn. Ich merke auch bei mir schon, die Spannung steigt von Tag zu Tag. Ich habe so Panik vor Donnerstag. Ich bin wirklich, ich bin da. Ich will gar nicht wissen, wie das bei Menschen ist, die da vor Ort sein werden, die da irgendwie hinfahren, die da irgendwie Donnerstag früh in den Flieger oder irgendwas steigen. Ich kriege ja so schon irgendwie hier Gänsepelle, wenn ich da nur irgendwie dran denke. Ich glaube, wenn er in so einem Flieger sitzt und dann da irgendwie hinfliegst, ist es nochmal zwei Nummer krasser. Ja, ich mache mir das sozusagen selbst und gehe ins Stadion an der Schleißheimer, wo ihr ja auch schon mal wart oder du zumindestens, René. Ja, ich habe erinnert. Mit 140 Eintracht-Fans. Da war ich schon die letzten zwei Spiele. Es ist ganz großartig, weil alle sind Eintrachtler. Es ist komplett ausverkauft, die Bude. Und es ist einfach eine unfassbare Stimmung und am Ende wird immer im Herzen von Europa geschmettert. Sehr geil. Alle stehen und es ist sehr schön. Sehr, sehr geil. Und man hat sozusagen sein kleines Stadiongefühl, wenn man schon nicht da sein kann. Ja. Liebe Grüße an Holle und Michael im Stadion. Ah, großartig. Klingt sehr gut. Ja, also ich glaube schon, dass da das eine oder andere geht. Ich hätte es jetzt nicht kontrollierte Offensive genannt, sondern ich hätte es jetzt irgendwie kontrolliertes Umschaltspiel genannt, weil ich glaube, das ist die große Stärke, die wir als Eintracht einfach momentan haben. Dieses Umschaltspiel mit diesen schnellen Außen, mit diesen schnellen Stürmern, mit einem Jovic und mit einem Revic, die da einfach auch diese Pässe spielen können. Und ich würde jetzt mal Lissabon, ohne jetzt allzu viele Spiele von ihnen gesehen zu haben, auch so einschätzen, dass sie auch eine Mannschaft sind, die auch eher so in die Offensive gehen. Also da wird es auf jeden Fall Räume in dem Spiel geben, die wir da ausnutzen können. Ja, ich meine, die haben ja in der Champions League auch zum Beispiel, klar ist der FC Bayern, aber da haben sie ja irgendwie fünf Tore kassiert. Das ist ja dann schon auch nochmal, das kann dir halt auch passieren, wenn du so offensiv spielst, dass du dir dann ordentlich was fängst. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Ja, Dennis hat das gerade... Damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass die Eintracht da fünf Tore schießt. Ich hatte das so verstanden. Sechs Tore. Ja, mindestens. Aber zu den Tipps kommen wir gleich. Zu den Tipps kommen wir gleich. Erstmal müssen wir über die Aufstellung reden. Ich glaube, den Trap, da brauchen wir schon lange nicht mehr drüber diskutieren. Und dann kommt die Abwehr und dann wird es spannend. Dennis sagt, er geht davon aus, dass wir mit Abraham spielen. Hinterelga hat sich ja quasi selbst aufgestellt. Ja. Und Tasebe wäre dann der dritte? Die Frage ist, ob du nicht mit Tasebe mal wieder auf der Sechs spielst und dann wäre in Dicker der dritte hinten. Ja, das ist dann so ein bisschen abhängig davon halt auch, wie die Verfügbarkeit von einem Rode da ist. Also wenn ein Rode fit ist oder zumindest für die ersten 60 Minuten irgendwie fit ist, dann will ich den auf jeden Fall da in diesem Mittelfeld sehen. Ja, ja. Da hast du recht. Obwohl dann natürlich auch Fernandes noch als Partner zur Verfügung stehen würde, oder? Deshalb, also. Aber die Guzman und Wilhelms müssen ja raus eigentlich, oder? Die müssen am besten gar nicht erst mitfahren. Gerne. Gerne. Und dann hast du Fernandes, Hasebe und Rode. Ja. Die prinzipiell spielen könnten. Ja. Also ich sage ja, wenn Rode fit ist und kann, dann sehe ich ihn im Mittelfeld neben Fernandes und dann wäre für mich die Abwehr Hinteregger, Hasebe und Abraham. Ja. Und wer soll da noch? Marcinovic kommt da noch mit rein, oder wer? Also, weil links Kostic, rechts da Kostic. Ja, ist klar. Es fehlt ja, es fehlt uns noch. Du brauchst dann wieder den Achter-Schräg-Schräg-Zehner da vorne, stimmt. Soweit war ich noch gar nicht mit meinen Gedanken. Ja gut, du könntest doch spielen mit Rebic, Jovic und Paciencia. Das wäre eine Möglichkeit, dass du Haller im Endeffekt eins zu eins durch Paciencia austauschst. Oder Haller wird fit. Das wäre natürlich die geilste Lösung, glaube ich, aber leider nicht dran. Dass du im Endeffekt mit dem Rebic mal versuchst, so ein bisschen auf der Zehn zu spielen, weil eigentlich Erb Kanzler ist natürlich auf keinen Fall meine Nummer eins für die Position. Aber ein Garzinovic, der nicht fit ist, ich weiß es nicht, ob ich den nicht lieber irgendwie mal bringen würde nach, keine Ahnung, 60 Minuten oder so. Gerade, weil er ja auch über das Tempo kommt. So, ob das, ja, es ist ein bisschen, also ich bin... Aber kannst du nicht einen von den, also Hasebe und Rode ein bisschen vorziehen? Also, weil ich finde... Dann ist das ja dann doch mit Dick Guzman spielen vorne. Das ist der Einzige, der so auf der Zehn eigentlich da Sinn macht. Ja, oder du schiebst halt wirklich einen Rode weiter nach vorne. Ja, das meine ich, ja. Irgendwie auf eine Acht spielt. Das heißt, du hättest in der Abwehr hättest du, schreiben wir es einmal auf, du hättest hinten einen Dicker, einen Hitler, Egger und einen Abraham. Dann hast du davor auf den Außen Kostic und da Kosta. Kosta, genau. Und dann spielst du... Kosta, in der Mitte hast du, hättest du dann einen Fernandes und einen Rode. Hasebe. Äh, in Fernandes und einen Hasebe, Entschuldigung. Genau. Und davor so als, ja, ZM, als Achter hättest du einen Rode. Genau. Und dann hast du Rebic und Jovic. Da vorne. Genau. Weil ich finde, Rebic ist auf der Zehn ein bisschen verschenkt. Ja, stimmt. Stimmt schon. Und jetzt, ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, auch ob Haller, sag ich mal, spielen kann. Also über 90 Minuten, glaube ich, müssen wir nicht reden. Aber wenn du, sag ich mal, für 15 Minuten den Haller gegen Ende noch reinbringen kannst, dann kannst du auch mal ein Patienzjahr von Beginn spielen. Aber wenn du das nicht hast, dann brauchst du ein Patienzjahr, glaube ich, eher für später noch. Okay. Also ist so meine Meinung. Nee, hast du recht. Auf jeden Fall. Es stellt sich auch so gut auf. Rode ist auf jeden Fall, obwohl er mir natürlich auf der Sechs gerade dieses Mittelfeldmotor gefällt mir natürlich super gut. Aber an einer anderen Position. Die Frage ist halt, wenn er ein bisschen angeschlagen ist, ob er da vielleicht sozusagen nicht noch ein bisschen sich besser tut als Sechser, wo er halt quasi auf Sechs, wo er noch mehr laufen muss, ja. Ja, genau. Ja. Ist nicht optimal, aber wenn du die Gußmann und Willems nicht willst, was, was, dann die Gußmann und Willems ist leider ... Also vielleicht war es auch die Kombination und vielleicht geht, ist ein Andy Gußmann alleine dann da auch irgendwie wieder besser unterwegs, wenn er einfach auch weiß, dass er mehr Sicherheit im Rücken hat, wenn da zum Beispiel ein Rode und ein Fernandes spielen oder ein Fernandes und nachher Sebe. Ja, und du hast halt mit der Gußmann natürlich auch jemand, der theoretisch Standard kann. Also das ist ja auch was, was du in solchen Spielen eigentlich nutzen musst oder solltest. Ja, was ich nicht sehen will, ist ein Willems, der wieder Ecken tritt. Also da kriege ich, da kriege ich hier echt Willems wird nicht spielen, glaube ich. Ich hoffe, der Trainer sieht das, was wir sehen, aber ... Herr Hütter, wenn Sie zuhören, kein Willems. Niemals, nie, nicht. Ach, der ist ja eigentlich, also ich finde, der hat halt nur im Mittelfeld irgendwie nicht so viel zu suchen und das, was er mal konnte, der hat halt irgendwie seine Form verloren und da, auf der Position, da hat er mal ein Spiel, ich weiß gar nicht mehr, welches war, irgendwie gefühlt 60 Minuten ganz ordentlich gemacht und seitdem wartet man immer darauf, dass es nochmal passiert, aber es passiert halt einfach nicht. Das ist wie Hasebe als Rechtsverteidiger damals unter Fee, ja auch eine heiße Nummer. Also ja, aber ihr habt völlig recht, ein Willems ist definitiv auf der Position nicht zu gebrauchen und die anderen Positionen sind einfach stärker besetzt, auf denen er vorher gespielt hat, zumindest aktuell. Ja. Und ich finde halt auch einen Willems kannst du halt auch nicht später reinbringen, weil der bringt dir halt auch keine Sicherheit. Nein, die bringt das ja wirklich nicht. Definitiv nicht. Also ist das, wäre das unsere Aufstellung gegen Lissabon. Lassen wir mal so stehen. Der Verletzten, ja. Nicht unsere Traumelb, würde ich sagen. Ja, wobei so schlecht liest sie sich jetzt nicht. Also ich hätte mir nie gewünscht, nie gedacht, dass wir mal über so eine Ausstellung meckern würden bei der Eintracht, aber es ist tatsächlich, wir haben noch so viel Potenzial, ich hoffe ja, dass wir vielleicht wirklich den Haller noch abrufen können oder. Ja, oder halt ein Gacino, ich persönlich fände halt irgendwie so eine Abwehr, wenn du da hinten ein Hasebe, ein Hinteregger und ein Abraham in der Abwehr stehen hast, fände ich halt einfach extrem geil, weil also kann Lissabon das mit dem Tore schießen eigentlich auch ganz klassen, weil da geht halt sowieso nichts durch. Ja, obwohl ich finde, ein Hasebe ist gerade egal wo geil. Ja, aber Innenverteidigung oder Verteidigung generell ist nochmal irgendwie eine Nummer anders, da wenn du einen Hinteregger hast, der halt einfach mit dem Kantholz da mal ordentlich durchgeht und auf der anderen Seite ein Hasebe, der währenddessen noch irgendwie das Portfolio aus der Tasche zieht. Also ist halt schon einfach geil. Ja, klar. Aber ich meine, ein Dicker bringt halt ein bisschen was Vogelwilderes vielleicht in manchen Szenen noch mit rein, was aber auch seinem Alter entsprechend okay ist. Ich würde gerade sagen, jetzt guck mal, wie alt der Kerl ist, der kommt aus der zweiten französischen Liga und reißt hier so eine Saison runter. Ja, auch geil. Einfach nur. Aber ich meine nur so angesichts dessen, dass er das noch gar nicht erreichen kann, wie ein Hasebe ist ja vollkommen klar. Ja, ganz richtig. Ein anderer Spielertyp auch, aber ja, so könnte ich mit leben, würde ich mal sagen. Ja, ja, ja. Meckern auf hohem Niveau. Das ist echt Meckern auf hohem Niveau. Wie sehr meckert ihr denn bei den Tipps? Dennis? Also ich denke, dass wir aus dem mit einem, ja, eins zu zwei. Also wir gewinnen zwei eins. Wir gewinnen zwei eins. Betriebspessimistin eins, eins. Ich wäre jetzt gar nicht so pessimistisch. Ich sage null eins. Ein Tor machen wir auf jeden Fall und dann zu Hause machen wir das Ding dann einfach rund und dann gibt es eine eine Explosion und dann können sie das Stadion da erst mal irgendwie eintüten. Also alle drei Ergebnisse, ja. Ich auch. Oh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ich glaube auch die anderen zwei Vertreter, die heute hier nicht anwesend sind, sind auch da. Ich glaube nicht. Marvin ist auf jeden Fall da, der kommt ja diese Woche wieder zurück. Aber Basti kommt noch erst zum Wolfsburg-Spiel wieder. Basti ist erst zu dem Montagsspiel Ostermontag quasi wieder da. Stimmt. Falls er dann überhaupt wiederkommt. live übrigens bei Eurosport. Ich könnte mir auch vorstellen, je nachdem wie die beiden Spiele da gegen Lissabon ausgehen, dass er einfach gar nicht mehr wiedergefunden wird. Oh Gott, oh Gott, stimmt ja. Grüße, Basti, an dieser Stelle. Basti, wenn du das hörst, gib ein Lebenszeichen von dir. Ja, also das wird auf jeden Fall ein sehr grandioses Fußballfest. Also alle drei Ergebnisse haben Herzinfarkt Potenzial für das Rückspiel definitiv. Hätte man auch vor einem halben Jahr sofort gekauft. Ja, stimmt. Ich glaube, da hätte man die Hälfte der Saison auch vor einem halben Jahr schon gekauft. So ist das nicht. Man abpfeifen, aufhören, beenden. Ja, 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 ja. So, dann lasst uns mal noch auf das zweite Spiel gucken, was da jetzt kommt. Wir spielen am Sonntag, den 14. 4. 18 Uhr zu Hause gegen Augsburg und da ist heute der Baum gefallen. Ja, Entschuldigung, der musste jetzt sein. Augsburg zieht die Reißleine und entlässt Baum, Schwarz und Lehmann. Hinti feiert. Nein, Quatsch. Hinti feiert, er hat den Baum gefällt, quasi, und stattdessen übernimmt Martin Schmidt, den man ja aus Mainzer Zeiten noch kennt und der auch nicht interimsweise übernimmt, sondern einen Vertrag bis 2021 bekommt, der auch für beide Ligen gilt. Und ich glaube sogar noch irgendwie, wenn ich es richtig verstanden habe, je nach Erfolg oder nicht Erfolg auch nochmal irgendwie eine Option für ein weiteres Jahr da irgendwie mit drin ist. Da hat Reuter wohl die Entscheidung nicht heute erst getroffen gehabt. Naja, nach dem, was er in der Pressekonferenz sagte, ist das in der Tat alles gestern irgendwie abgelaufen, ist halt auch so eine klassische, wir kennen es von anderen Trainer wechseln, wir haben den Trainer mal angerufen und der hat sofort irgendwie ja gesagt. Mit dem Unterschied, dass Schmidt, glaube ich, nicht irgendwo gerade in der Anstellung war, sondern tatsächlich einer von den vertragsfreien Trainern war, wenn ich das richtig verstanden habe. Also nicht ganz so wie, wir rufen mal den Kovac an wie damals, wir erinnern uns. Wir erinnern uns leider, ja. Aber von daher, Augsburg damit jetzt auch so ein bisschen mit Aufwind, nach dem, was ich in dem dazugehörenden Beitrag nicht auf Eurosport, sondern auf einem anderen Medium gelesen habe, waren auch die Spieler so, ja, schade um den Baum, alles Gute, aber vielleicht ist es auch ganz gut. Ja, also es ist ja nicht nur Hinteregger jetzt gewesen, sondern auch Hovolo hat ja jetzt auch den Trainer nach dem Spiel angegriffen und ich glaube, am Ende konnten sie es dann irgendwie nicht mehr, war es nicht mehr tragbar, nachdem der Einbruch jetzt doch sehr deutlich kam. Obwohl sie sich ja zwischenzeitlich irgendwie mal gefangen hatten und eigentlich auch da gewonnen hatten und so und eigentlich wieder eigentlich aus dem Gröbsten heraus waren, haben sie sich jetzt irgendwie in den letzten Spielen dann doch ganz schön tief wieder reinreiten lassen und ja, ich finde schon auch, wenn mir die zweite Stimme über den Trainer so spricht, dann ist die Frage, wie deutlich, wie komisch, wie tragbar der dann noch ist oder wie viel Rückhalt dann am Ende noch noch herrscht. Ja, das stimmt schon. Ob das jetzt Vor- oder Nachteil für die Eintracht in dem Spiel ist, das wäre in der Tat meine nächste Frage an euch gewesen, seht ihr da eher Vor- oder eher Nachteil für uns? Also ich sehe es tatsächlich eher als Nachteil, weil immer ein bisschen neuer Schwung reinkommt, auch ein Martin Schmidt, gerade wenn er jetzt als sehr willsicher auch zeigen, es scheint ja auch schon eine längere, René, du hast es schon schön gesagt, angeblich alles gestern, bla bla bla, glaubt doch kein Mensch, die haben garantiert vorab schon länger gesprochen, der Trainer wird sich da auch der ein oder andere Gedenkelchen gemacht haben und wird geschaut haben, was kann ich denn an der Stelle einbringen, um mich dann auch zu zeigen und wird damit auch einen Reuter überzeugt haben, an welcher Drehschraube er schrauben möchte, ob das natürlich, und das hoffe ich, dass es absolut ineffektiv und grauenvoll nach hinten losgeht jetzt am nächsten Sonntag, kann mir aber schon vorstellen, dass eventuell, was wir vorhin gesagt haben, dasselbe Effekt eintritt wie bei Hübs Stevens, bei Schalke, dass einfach sie extrem hinten drin stehen, versuchen auf jeden Fall, ja, einen Punkt da mitzunehmen und das finde ich, ist immer ätzend. Klar, die Eintracht ist mittlerweile eine Mannschaft, die auch ein Spiel selbst machen kann, das ist ja auch in der Saison immer besser geworden, am Anfang hast du ja auch gesagt, oh Gott, wir müssen ein Spiel machen, kannst du gleich lassen, ist ja auch mittlerweile zum Glück so, dass du zumindest ein bisschen Inspiration, ein bisschen Automatismen auch für einen eigenen Spielaufbau hast, trotzdem finde ich es immer ätzend, weil Augsburg an sich mit Baum, wusstest du, worauf du dich einlassen musst, kannst du auf jeden Fall sofort ran und da hätte ich gesagt, das Spiel gewinnen wir wirklich locker und so muss man sagen, wenn wir natürlich unsere Leistung abrufen können, alle gesund bleiben oder sogar noch ein paar wieder zurückkehren, die jetzt verletzt waren, sehe ich da auch kein Problem, selbst, also muss natürlich immer Vollgas geben, muss diese Attacke zeigen, die du die letzten Wochen auch gezeigt hast, aber wir haben es beim Schalke-Spiel gesehen, wie schwierig es doch ist, so ein Spiel am Ende zu gewinnen und ob wir nochmal so Glück haben und in der vier neunzten Minute dann den Siegtreffer machen, ich hoffe es nicht, mein Herz hält es nämlich nicht mehr aus und ich hoffe, dass wir es frühzeitig klar machen, wird aber schwierig, also ich glaube, der Trainerwechsel ist für uns eher nicht die optimale Zeit, nicht zur optimalen Zeit gekommen, aber Alice, sorry, du hast vorhin gesagt, du findest, es macht nichts aus, oder habe ich es? Ich finde, man sollte es an sich selber festmachen und nicht an dem gegnerischen Trainer, klar, kommt ein bisschen Unsicherheit mit rein und vielleicht auch eine neue Motivation für Augsburg, aber am Ende, so wie Augsburg drauf ist und was die Spieler derzeit für eine Leistung abrufen, muss die Eintracht auf den Platz gehen und sagen, so, hier sind wir und wir geben euch einfach nicht den Hauch einer Chance und dann ist das egal, ob der Trainer Baum, Schmidt oder Lehmann oder weiß weiß ich was heißt, finde ich. Ich finde, es hängt viel davon ab, wie das Spiel am Donnerstag läuft für die Eintracht einfach mit welchem Gefühl man da rausgeht, kann man irgendwie, wenn man jetzt, ich meine, die Tonne gesprochen, man schießt jetzt quasi tatsächlich fünf Tore gegen Lissabon oder sowas und hat so einen krassen Hype, ja, dann hast du halt, dann musst du dich, glaube ich, motivieren. Ich glaube, das Schwierige wird, sich als Eintracht dann für den grauen Liga-Alltag in Anführungszeichen gegen Augsburg zu motivieren. Der Vorteil ist, dass es ein Heimspiel ist, dass du wieder vor ausverkaufter Hütte bist mit den Fans, die nicht nach Lissabon reisen konnten, vor denen du dich einfach auch nochmal präsentieren kannst und wo du, glaube ich, nochmal Bock hast. Das ist jetzt nicht wie das Sonntags 15.30 Spiel in Nürnberg an einem grauen, keine Ahnung, Dienstag oder sowas gefühlt. Du hast es selber in der Hand. Natürlich sind ein paar Unwägbarkeiten dabei, wenn du einen Trainerwechsel auf der gegnerischen Seite hast, aber das sollte nicht der Faktor sein. Ja, und das ist vielleicht halt auch nochmal ganz gut, wir sind halt auch wieder diejenigen, die den Spieltag zumachen, Sonntag 18 Uhr, das heißt, wir wissen, wie die Konkurrenz um die internationalen Plätze gespielt haben, um vielleicht dann auch zu sehen, dass man nach den einen oder anderen Das darf uns nicht interessieren, René. Ja, aber dass du vielleicht auch dadurch nochmal so ein bisschen Motivationsschub kriegst, dass du einfach siehst, dass du den Vorsprung nochmal ein bisschen ausbauen kannst, je nachdem, wie die gespielt haben. Und das würde mich als Spieler auch nochmal so ein bisschen so ein bisschen anpieksen, ja. Ja, oder Leipzig überholen, die vielleicht in Wolfsburg irgendwie scheiße ausgesehen haben und dann kommst du auf einmal in Schlagdinstanz kommen. Freunde! Haut dich halt als Spieler da auch nochmal ein Stück nach vorne. Ja, stimmt, stimmt, natürlich, ja, hast du auf jeden Fall recht, dass das eine gute Sache ist. René, du denkst auch, dass es eher positiv oder eher negativ ist, der Trainerwechsel? Für die Eintracht natürlich. Natürlich. Wir haben jetzt Dienstag. Großartig irgendwas ändern kann der Trainer da ja sowieso nicht mehr. Die Automatismen sind da wahrscheinlich total für den Arsch. Die kriegst du jetzt in fünf Tagen auch nicht rein. Du kannst die mit Motivation jetzt da irgendwie ein bisschen nach vorne pushen, aber wie Alice schon sagt, wenn das Spiel gegen Lissabon zufriedenstellend läuft und du da in dieses Stadion am Sonntag einläufst und der Kessel da halt einfach brennt. Also, ich glaube, dass du unsere Spieler nicht motivieren musst und die Motivation, die in Augsburg aufgebaut wird, die wird definitiv kleiner sein als das, was wir da an Motivation auf den Platz bringen werden. Ich glaube nicht, dass es uns jetzt da in dem Moment großartig zum Nachteil wird, weil dafür die Wirkungszeit einfach viel zu gering ist. Man muss halt auf dich schauen. Ja, da bin ich voll bei euch, nur ich hoffe ja, dass es so ist. Normalerweise, ich gehe davon aus, dass da Beton angemischt wird, Renés Floskel mit, da werden zwei Pusse ins Tor gestellt. Das kann ich mir da vorstellen, dass das im Endeffekt im Spiel stattfindet. Und da musst du doch umso mehr so früh wie möglich das Tor machen versuchen, so früh wie möglich, ja, wie jetzt auch bei Schalke. Da war es dann super ärgerlich, dass dann dieses dämliche Gegentor fünf Minuten später passiert. Das darf natürlich nicht passieren. Aber ansonsten hättest du, glaube ich, auch diesen Flow, dieses frühe Tor, dieses frühe Anlaufen, dass wir das einfach wieder in Augsburg zeigen. Und dann bin ich voll bei dir, Alice und auch bei dir, René. Dann klappt das auch. Dann kannst du dich auf deinen eigenen Scheiß konzentrieren. Da musst du überhaupt nicht, da können sie sich zehnmal hinten reinstellen. Sobald du führst, müssen die auch das Spiel mitmachen. Und ich glaube, und da bin ich voll bei euch auch, dass Augsburg in so kurzer Zeit da überhaupt nichts eintrainieren und machen kann. Ich kann mir vorstellen, dass im Endeffekt die Betonmische schon laufen und dementsprechend müssen wir natürlich mit dem entsprechenden Werkzeug kommen und hoffe, dass wir es halt frühzeitig hinbekommen, das Tor zu machen. Ja, muss halt anders wie gegen Schalke zu dem Zeitpunkt dann halt 2-0 führen und dann sind wir noch mehr zufrieden. Das ist halt wirklich so ein Ding, da wirst du relativ wenig Torchancen bekommen, wenn die sich da auf diese Abwehrschlacht irgendwie fokussieren, was das Naheliegendste ist. Und dann musst du einfach aus den Chancen, die du halt eben hast, musst du dann die Dinge am Ende dann halt auch machen. Weil nichts wäre ärgerlicher, dass du am Ende irgendwie nur mit einem Punkt da rausgehst und irgendwie 5 Torchancen hattest, die du halt alle nicht effektiv genutzt hast. Das will am Ende halt auch irgendwie keiner. Genau, und du kannst ja selber dafür sorgen, dass das Selbstbewusstsein, was sie eventuell aus dem Trainerwechsel bekommen oder den Auftrieb, dass der im Keim erstickt wird. Ja. Sehr gut. So ist es. Aufstellung würde ich sagen, skippen wir an der Stelle, weil das ist noch einfach A, zu lange hin und B, ist dann noch das Lissabon-Spiel dazwischen. Da wissen wir jetzt noch nicht so genau, wie jetzt die verletzten Rückkehrer-Thematik ist. Aber einen Tipp will ich von euch trotzdem haben und diesmal darf Alice anfangen. 2-1. 2-1. Dennis? Ich glaube, das geht 3-0 für uns aus. 3, oi, oi. Dann sind wir alle zufrieden. Ja, ja, ich nehme alle deine Tipps, aber du nimmst ganz schön vor. Ja, 3-0 wäre mir in der Tat ein bisschen zu hoch, aber nee, also Tore schießen tut Augsburg nicht. Ich sage, das wird ein 2-0. Sehr gut. Und ich sage auch gleichzeitig, Leipzig spielt gegen Wolfsburg nur unentschieden. Nur um den Puls hier nochmal ein bisschen nach oben zu treiben. Damit man noch bis auf einen Punkt drankommt. Ich weiß nicht, ob ich die Woche noch mal einen Tippschein ausfülle, nachdem die Dortmund am letzten Wochenende da so kläglich im Stich gelassen haben. Naja, das hätte man ja ahnen können. Nein, ich habe gedacht, die rennen da halt einfach durch und in Summe waren die beiden Spiele zusammen eine Zwölferquote. Das wäre ein geiles Ergebnis gewesen. Ja, aber das ist ein typisches Bayern-Spiel. Wir sind gut, anderes Thema. Anderes Thema, ja. Anderer Podcast, anderes Thema, da halten wir uns hier raus. Normalerweise wären wir jetzt hier an der Stelle, wo der Dummschwät seit der Woche kommt. Den überspringen wir jetzt an dieser Stelle, weil wir haben zwei Nominierungen nur bekommen und die eine war der Herr Stegemann, den haben wir vorhin schon lang und deutlich erklärt und die andere ist jetzt nicht so zeitkritisch und wir würden da gerne noch ein bisschen sammeln. Das heißt, habt ihr noch die Möglichkeit abzustimmen für den Dummschwät seit der letzten Woche? Genau, oder uns noch Vorschläge zu schicken. Das wäre auch noch eine Variante. Also von daher, wenn ihr da noch den einen oder anderen habt und ich könnte mir vorstellen, dass da der ein oder andere noch irgendwie in den nächsten Tagen auftaucht, dann immer her damit und dann hauen wir da in der nächsten Woche einen raus. Was wir aber haben, ist eine gute Tat und dafür brauchen wir erstmal den Jingle und das ist dieser hier. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander Respekt vor ihm gehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Es ist so süß. Es ist echt großartig. Wundervoll. Wir haben eine wunderbare, gute Tat der Woche bekommen von der Ed Eintracht-Emma auf Twitter. Die hatte uns die geschickt und ich glaube, noch irgendwer hatte sie uns auch geschickt, aber ich habe jetzt nur die Eintracht-Emma im Kopf und auch blöderweise vergessen, mir hier die Namen aufzuschreiben. Und zwar geht es um eine Sammelaktion. Genau, der Herr Losner hatte uns das auch geschickt, als gute Tat der Woche. Da habe ich es auch wieder gefunden. Und zwar geht es um den ehemaligen Spieler Dietmar Roth, der ja schon etwas länger her an einem Schlaganfall erlitten ist. Und da gab es jetzt eben den Fall, dass die damalige Mannschaft sich nochmal mit ihm getroffen hat und die so ein bisschen ihnen halt einfach einen schönen Abend gemacht haben. Aber das Thema Behandlungskosten ist ein großes, die sich da anhäufen. Und es gibt eine Spendensammelaktion, um eben diese Behandlungskosten ein Stück weit eben dadurch zu reduzieren. Finde ich eine großartige Aktion. Das findet, glaube ich, über Facebook statt. Ich weiß nicht, ob es da auch irgendwie die Möglichkeit irgendwie noch mit anderen Dingen, irgendwie PayPal, Überweisung oder sonst irgendwas gibt. Auf jeden Fall stehen in dieser Spendenaktion die Kontaktdaten drin. Ich haue die euch hier mal in die Shownotes. Wer kein Facebook hat, der meldet sich bei mir, der kriegt dann im Zweifelsfall da nochmal irgendwie Screenshots geschickt. Und ja, die Aktion läuft noch ein paar Tage. Ich glaube, das Ziel, was sie haben wollen, ist, wenn ich das richtig sehe, ja genau, 10.000 Euro ist das Ziel. Momentan sind wir noch bei unter 1.000. Also wer die ein oder andere Mark, wollte ich schon sagen, den ein oder anderen Euro übrig hat und was für Dietmar Roth und für die Behandlungskosten tun will, der kann da gerne hingehen und da was einwerfen. Finden wir auf jeden Fall eine super Sache. Feine Sache, auf jeden Fall. Ich glaube, das Eintracht-Museum hatte doch auch schon einen Abend veranstaltet. Die haben irgendwie so einen Abend veranstaltet und haben da auch irgendwie 3.000, 3.500 Euro oder irgendwas eingesammelt. Das ist schon schlimm, da er einfach als austherapiert gilt. Die Krankenkasse sagt, ja Kosten no, wir übernehmen nichts mehr wohl oder wenig. Ich kenne mich mit der Thematik nicht so ganz aus, aber es klang alles sehr, sehr grausam und einfach nur wieder gewinnorientiert. Dementsprechend hilft dem armen Menschen, denn wer hier im Endeffekt im Sprachzentrum in Mitleidenschaft gezogen ist plus einseitig gelähmt, ist natürlich eine Situation, die hoffentlich niemand von uns jemals in seinem Leben erleben wird und umso wichtiger ist es, jemandem, der so etwas erlebt hat, Unterstützung zu geben. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, es gibt auch die Option per PayPal, ich haue euch auch nochmal die PayPal-Adresse hier mit rein und da gibt es eben auch die Möglichkeit zu spenden, falls ihr kein Facebook habt oder kein Facebook wollt. Geht ja beides. Ja und dann würde ich sagen, machen wir hier mal zum Abschluss noch ganz klassisch die Empfehlungen und da haben wir auch noch einen kleinen Jingle dafür. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Fast. Fast, ja, nah dran. 50% Treffergrut würde ich sagen. Genau. Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, ich würde euch gerne die aktuelle Folge des Rund um den Pustring Podcast empfehlen. Da war ich nämlich gestern Abend bei der Aufnahme zu Gast. Ich weiß nicht, ob die mittlerweile schon raus ist. Ne, sie ist noch nicht raus. Ich habe gerade schon mal geguckt. Ja, genau. Weil ich wissen wollte, welche du meinst. Da, doch, sie ist draußen. Gerade eben anscheinend ganz frisch. Folge 54. Das heißt, ich habe jetzt auch einen Link, den ich hier in die Shownotes dann mit reinhängen kann. Ja, wir haben ein bisschen gesprochen über das Spiel der Eintracht gegen Stuttgart und auch so ein bisschen versucht, den Vergleich zu ziehen, wie das war mit eigentlich ähnlicher Ausgangssituation 2016 mit dem kleinen Unterschied, dass Stuttgart abgeschieden ist und wir es ja damals durch die Relegation irgendwie noch geschafft haben, uns oben zu halten, was so die Entwicklung der beiden Vereine angeht. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe die zwei Stunden, die wir da aufgenommen haben, eigentlich mit so einem Dauergrinsen hier gesessen, weil es halt einfach gerade so viel Freude macht, über die Eintracht zu reden. Wer da nochmal einen anderen Blick haben will oder vielleicht auch sich mal noch ein bisschen mit den Stuttgartern auseinandersetzen will und wie es denen da gerade so geht, dem kann man die Folge, glaube ich, wirklich nur empfehlen und ja, ich hause euch mal in die Shownotes. Es gibt, glaube ich, auch Kapitel, also ihr könnt auch im Zweifelsfall zum Beispiel den Part, wo wir über das Spiel von Stuttgart gegen Nürnberg sprechen, überspringen und auf die anderen Themen gehen. Sehr gut. Was habt ihr denn noch? Ich habe gehört, Alice, du machst da jetzt auch noch so, neben vollberuflichem Journalismus machst du jetzt auch noch was mit Podcast? Ja, so ein bisschen, also noch nicht, ich war noch nicht selbst aktiv sozusagen sprachlich dabei, aber der eine oder andere möchte es mitbekommen haben, mit dem Podcast Früff, Frauen reden über Fußball, hat ein neuer Podcast das Land erobert, möchte ich sagen. Und jetzt nach der Nullnummer ist auch die erste Folge raus und es geht über weibliche Fußballsozialisierung oder Sozialisation und ein bisschen auch analytisch geschaut, was geben denn die bisherigen Texte zu dem Thema raus, was ist sozusagen so die Entwicklung in den letzten Jahren, ist eine sehr schöne runde Folge geworden als erste und dann kann ich nur jedem ans Herzen legen, sich das mal anzuschauen und natürlich auch dem Podcast allgemein zu folgen. Der Plan ist, dass monatlich eine Folge rauskommt über verschiedene Themen, bunte Themen, genau, das einfach so ein bisschen zu sprechen. Wir sind irgendwie rund 30 Frauen, glaube ich, die da alle Lust drauf haben und in unterschiedlichen Folgen dann auftreten werden und genau, ich glaube, es ist eine gute Sache. Ich habe die Folge noch in der Playlist, bin noch nicht zum Hören gekommen, weil ständig irgendwelche aktuellen Dinger dazwischen kommen und die ist ja jetzt so ein bisschen zeitunkritisch. Genau. Ich hoffe aber, dass das jetzt alles irgendwie dann noch aufgeht. Ja, also es geht halt einfach viel darum, wie ist man zum Fußball gekommen, gerade halt als Frau auch und wie war so die Entwicklung, was waren die Personen, die einen dazu geprägt haben, was sind die, wo liegen häufig auch einfach in der Fußballgeschichte oder in der Geschichte der Frauen im Stadion, wie hat sich das dahingehend entwickelt und die Mädels erzählen auch aus ihren persönlichen Erfahrungen, die ja einfach auch ganz spannend sind, genauso wie bei jedem, wie kommt man eigentlich zu diesem Sport oder woher kommt die Leidenschaft und wie fühlt man sich dann auch irgendwie wohl und wie ist das Umfeld quasi. Ja, wird sich wohl der ein oder andere mit identifizieren können, sehr gut. Unser Chat schreibt auch gerade eben schon, dass das eine sehr gelungene erste Folge war, also die sind da auch voller Lobes, also quasi das Ding ist Eintracht Podcast Chat Approved und damit kann es doch eigentlich ganz besseres Qualitätsmerkmal mehr geben. Gibt es da einen Stempel, den wir so draufklatschen können oder sowas schon? Ich frage mal, ich frage mal den Joe, ob der uns irgendwie einen Stempel oder irgendwas basteln kann und dann müsst ihr, du nimmst alle Folgen hier einreichen, aber dann stempeln wir die selbstverständlich ab. Sehr gut. So, Dennis, du hast glaube ich auch noch was eingetragen in unsere Liste? Ne, das war auch nicht. Ach, das war es? Ah. Ja. Genau, einfach nur so ein kleines Stück vom Stefan Reich, den der ein oder andere ja auch kennt. Einfach mal so ein bisschen, der hat ein bisschen Benfica beleuchtet, einfach was man sich ganz gut durchlesen kann für hessenschau.de vor dem Spiel am Donnerstag, wenn der ein oder andere noch nicht weiß, was da so rumläuft, außer Haris Seferovic kann man sich das, oder wie die Situation im Verein ist und was da quasi gerade so so Sache ist, viel halt um die jungen Talente und dass es halt eher so darum geht, das Geld zu bekommen und dann halt aber auch Spieler relativ schnell zu verkaufen. Einfach so einen kleinen Einblick, ein bisschen Wissen vor Donnerstag. Okay, super. Dann hauen wir das doch auch mal hier in die Sendungsnotizen und dann könnt ihr da mal noch reinschauen. Genau. Tatsächlich habe ich keine weitere Empfehlung, aber du, Alice, hast noch was? Ich lege jetzt einfach mal los. Ja, sehr gut. Weiter, weiter, weiter. Genau. Ansonsten kommt auch noch morgen oder spätestens übermorgen auf eure Sport ein kleines Personal hier zu Seferovic, nicht von mir, aber die wird auch noch kommen, da kann man auf jeden Fall mal reinschauen und dann vielleicht noch das ein oder andere Stück, wie ich ja schon am Anfang gesagt habe. Stay tuned, wie man so schön sagt. Klingt sehr gut, auf jeden Fall. Ich muss doch noch was empfehlen, natürlich, wenn schon die zwei Wrestle-affinen Jungs nicht da sind. Wolltest du jetzt Affen sagen? Das hast du gesagt, René. Nein, natürlich Ringfuchs etc., alle möglichen netten Podcasts, die sich mit dem Thema Wrestling jetzt gerade an diesem Wochenende war ja ein großer Event in den Staaten. Dementsprechend würde ich sagen, im Ringfuchs Podcast könnt ihr euch da sicherlich die ein oder andere Anregung holen und vielleicht habt ihr da auch Spaß. Ich denke, das wäre jetzt hier im Sinne der anderen zwei gewesen. Wären sie da gewesen, hätten sie das sicherlich empfohlen. Also die Folge vor Wrestlemania war auf jeden Fall gut. Die habe ich mir angehört. Danach gibt es ja jetzt noch keine, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie das dann auf jeden Fall nochmal ausführlich beleuchten. Also von daher Ringfuchs ist, glaube ich, immer eine Empfehlung wert. Und ansonsten die üblichen Empfehlungen. Fußball 2000 gab es heute dann auch doch eine kleine Sonderfolge mit Basti und Marvin aus den USA. Die ist recht kurz. Wer die noch nicht gesehen hat, kann die sich nochmal anhören, anschauen. Und auch die aktuelle Folge 93. Tatsächlich ohne Basti. Dafür aber mit Glas Rehse von Colinas Erben. Die ist bei mir noch nicht gelandet. Da gibt es irgendwie ein bisschen noch. Da gab es irgendwie ein paar Schwierigkeiten mit dem Feed. Aber wenn das denn funktioniert, also ganz ehrlich, ihr solltet die nicht da hören, wo euch andere Menschen irgendwie beobachten können, weil ihr müsst lachen. Es geht gar nicht anders. Ich habe mich so... Hast du sie schon gehört? Ich bin fast durch. Spoiler Alert. So irgendwann ab der Hälfte wird es sehr grude, aber auch sehr, sehr lustig. Also wer noch was zur Aufheiterung braucht oder was zur Ablenkung vor Donnerstag. Ist denn der Fehler mit dem Link gefixt, ja? Ich glaube ja. Also es müsste jetzt demnächst dann wieder funktionieren, wenn ich das so richtig verstanden habe und dann kann man die auch wieder ganz normal runterladen. Obwohl wir ja zu freuen eigentlich genug haben. Wir bräuchten eher was, was uns wieder runterholt von diesen von diesen Wölkchen. Beziehungsweise mittlerweile ist es ja nicht ein Wölkchen, sondern es ist ja... Das ist so ein Wolkenkomplex. Ja, eine Wolkendecke, die rosarot ist und wunderschön. Sehr weich und kuschelig. Ja, stimmt. Ich möchte hier nicht mehr weg. Tut mir leid. Also die Eintritt muss noch ein bisschen weitermachen. Ja. Wir bleiben hier. Wir bleiben hier. Hier ist gerade so schön. Ja, sehr schön. Dann haben wir den Teil mit den Empfehlungen dann auch durch und biegen dann quasi auf die Zielgerade ein. Ich sage an dieser Stelle ganz vielmals und artig danke an Alice, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz des neuen, vielleicht auch stressigen Job bei Eurosport. Super. Gerne für euch immer. Das ist gut. Und wir haben ja schon von dir die Zusage, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, gibt es am Freitag eine Sondersendung, wo du 20 Minuten schimpfst. Ja, also ich hoffe nicht, dass es dazu kommt. Also ich würde es natürlich gerne machen, aber ich möchte halt nicht schimpfen. Es könnte vielleicht einfach nur ein 20-minütiges Ahhhh werden, weil es so schön ist. Ja. Das wäre mir lieber. Das würden wir dann im Star Wars Fall auch noch machen. Also da sind wir sehr, sehr entspannt, was das angeht. Wo man das Glück hören kann. Ich glaube, Glück kann man hier in den letzten Folgen sehr viel hören. Ja. Ja gut, dann machen wir den Sack zu. Allen denen, die am Donnerstag tatsächlich nach Lissabon fahren und eine Karte haben, wünschen wir eine wunderschöne Reise. Bringt Tore und Punkte für uns mit. Denkt nochmal an den Aufruf von Moritz, wenn ihr da irgendwie Bock habt, dann meldet euch bei uns und wir vermitteln euch den Kontakt. Ansonsten ein paar entspannte Tage vielleicht dazwischen und viel Spaß am Sonntag im Stadion gegen Augsburg. Und dann würde ich sagen, melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin. Macht's gut. Tschö. Ciao. Tschö. 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 Hey, hey, that's gonna burn wood. Hey, 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 that's gonna burn wood. Das war's für heute.